Die Geralt und Ciri Saga Händler und Bauern, unsere häufigsten Kunden, haben in der Regel gemischte Gefühle. Die Mehrheit sieht in uns gedungene Helfer, die man ruft, um besonders widerliches Ungeziefer auszumerzen. Eine Art Rattenfänger, wenn gleich mit zwei Schwertern bewaffnet, damit er die größeren Ratten besser beseitigen kann. Manche, meist jene, die ohne uns Leben oder Besitz verloren hätten, halten große Stücke auf uns. Sie nennen uns Verteidiger der Menschheit, preisen unsere Taten und mühen sich, unseren Ruf zu verbessern. Wiederum andere sehen Hexer als mordsüchtige Monstrositäten, verflucht von Göttern und Menschen gleichermaßen, die den Armen und Verzweifelten ihr letztes Geld abnehmen. Diese Sichtweise wird, soweit ich weiß, auch von den meisten Mitgliedern der Kirche vertreten. Offiziell heißt es hingegen, die Priester mögen uns nicht, weil wir keine Götter anbeten. Ich schätze, wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Meist argumentieren Prediger, dass die Menschen von Monstern geplagt werden, weil ihre Gottheit sie bestrafen will. Aber wofür, so frage ich. Weil sie nicht inbrünstig genug beten und dem Tempel nicht genug Geld spenden. Insofern ist der Hexer der Kirche in doppelter Hinsicht ein Dorn im Auge. Denn er tötet die Monster, die Bestrafung der Götter. Und er verlangt dafür das Geld, das, um es mit den scheinheiligen Worten eines Priesters zu sagen, ein anständiger Mensch der Kirche gegeben hätte. Ja, wir wollen für unsere Arbeit bezahlt werden. Wir sind Meister unseres Fachs. Und für unsere erbrachten Dienste fordern wir den vereinbarten Betrag. Es ist ein Geschäft, ein Beruf. Weder besser noch schlechter als viele andere. Es gibt nicht mehr viele von uns. Bald werden wir alle der Vergangenheit angehören. Und erst dann, da bin ich sicher, werden die Menschen begreifen, warum genau sie uns Hexer brauchten. Wesemir von Kermorhen Zirilla Fiona Ellen Riannon Geboren 1251 Erbin des Throns von Zintra Prinzessin von Brugge und Herzogin von Sodden Erbin von Ines Arzgelig und Ines Ansgelig Surezen von Atre und Apiara Tochter von Pavetta Fiona Ellen und dem Igel von Erlenwald Enkelin von Königin Kalante Fiona Riannon Der berühmten Löwin von Zintra Igel und Pavetta kamen auf der Rückreise von Zintra nach Skellige bei einem Schiffsuntergang ums Leben. Zirillas weitere Erziehung übernahm ihre Großmutter Im Jahr 1260 schickte Königin Kalante Zirilla angesichts der Bedrohung durch Nilfgaard an den Hof König Erwils von Verden wo die Erbin von Zintra, Prinz Kistrin den Thronerben von Verden, ehelichen sollte. Obwohl die Allianz mit Verden und die Unterstützung durch die Armee dieses Königreichs damals Kalantes wichtigste Anliegen waren kam die Hochzeit nicht zustande und Zirilla kehrte an den Hof ihrer Großmutter zurück. Zirilla gilt seit dem sogenannten Massaker von Zintra 1261 Adelslinien des Nordens 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Als auf den Bohlen der Brücke plötzlich Hufschlag erklang, hob Jorga nicht einmal den Kopf. Er ließ das Rad los, mit dem er sich abmühte, und kroch so schnell er nur konnte unter den Wagen. Flach liegend, mit dem Rücken an der rauen Schicht von Schlamm und Dung schabend, die an der Wagenunterseite festklebten, wimmerte er abgehakt und zitterte vor Angst. Das Pferd näherte sich langsam dem Wagen. Jorga sah, wie es feinfühlig und vorsichtig die Hufe auf die angefaulten, moosbewachsenen Balken setzte. Jorga begann mit den Zähnen zu klappern und zog den Kopf zwischen die Schultern. Komm vor! Ruhig, Plötzse. Komm da vor, Mann! Ich werde dir nichts zu Leide tun. Der Kaufmann glaubte der Erklärung des Unbekannten nicht im Geringsten. Ein gutes Dutzend Götter gleichzeitig halblaut um Hilfe anflehnt, steckte Jorga vorsichtig den Kopf unter dem Wagen hervor. Der Reiter hatte Haare weiß wie Milch und einen schwarzen Wollmantel, der auf die Kruppe der kastanienbraunen Stute fiel. Er schaute Jorga nicht an. Im Sattel herübergebeugt, betrachtete er das Wagenrad, das bis an die Narbe zwischen die gebrochenen Bretter der Brücke eingesackt war. Plötzlich hob er den Kopf, musterte den Kaufmann, beobachtete mit reglosem Gesicht das Gebüsch zu beiden Seiten der Schlucht. Jorga kam schwerfällig hervorgebrochen, blinzelte, wischte sich mit der Handfläche über die Nase und verteilte dabei Schmiere von der Radnarbe übers Gesicht. Der Reiter ließ den Blick auf ihn ruhen. Seine Augen waren dunkel, eng, durchdringend, scharf wie Treibstacheln. Schließlich zeigte er auf das eingebrochene Rad. Zu zweit kriegen wir ihn nicht raus. Bist du allein gefahren? Selbst dritt. Mit Knechten, Herr. Aber sie sind weggelaufen, die Mistkerle. Das wundert mich nicht. Ich wundere mich gar nicht über sie. Ich denke, du hättest dasselbe, wie sie tun sollen. Es ist höchste Zeit. Der Fremde warf einen Blick unter die Brücke, auf den Grund der Schlucht. Jorga folgte dem Blick des Fremden nicht. Er wollte nicht auf den Haufen Schädel, Rippen und Schienbeine schauen, die zwischen den Steinen verstreut lagen, unter den Kletten und Brennnesseln hervorschauten, welche den Grund des ausgetrockneten Flüsschens überwuchert hatten. Er fürchtete, dass ein weiterer Blick auf die schwarzen Augenhöhlen, die gebleckten Zähne und die geborstenen Knochen reichen würde, dass alles in ihm zerbreche, dass der restliche Mut der Verzweiflung, wie die Luft aus einer Fischblase, aus ihm entweichen würde, dass er mit einem erstickten Schrei die Straße hin anstürmen würde, zurück, wie es der Kutscher und der Bursche vor einer knappen Stunde getan hatten. Worauf wartest du? Dass es dunkel wird? Dann ist es zu spät. Sie holen dich, sobald es dämmert. Vielleicht auch früher. Vorwärts, spring auf ein Pferd und mir nach. Wir werden beide hier verschwinden, und zwar schleunigst. Und der Wagen, Herr? Und die Waren? Die ganze Arbeit? Er will ich verrecken. Ich lass ihn nicht im Stich. Ich glaube, du weißt noch nicht, wohin du geraten bist, Freund. Du willst den Wagen nicht im Stich lassen, sagst du? Und ich sag dir, wenn die Dunkelheit hereinbricht, wird dich nicht einmal der Schatzkönig Desmons retten, von deinem lausigen Wagen ganz zu schweigen. Zum Teufel! Was ist über dich gekommen, dass du den Weg über diese Schlucht abkürzt? Weißt du nicht, was sich hier seit dem Krieg eingenistet hat? Hm. Du weißt es nicht. Aber was da am Grunde liegt, hast du gesehen. Das ist ja kaum zu übersehen. Das sind die, die hier den Weg abgekürzt haben. Und du sagst, du wirst den Wagen nicht im Stich lassen. Was hast du denn eigentlich auf dem Wagen? Yurga betrachtete den Unbekannten finster und versuchte sich zwischen den Versionen Werk und Alte Lumpen zu entscheiden. Der Reiter schien sich für die Antwort nicht besonders zu interessieren. Er beruhigte die Stute, die auf der Gebissstange kaute und den Kopf schüttelte. Herr, helft mir. Rettet mich. Ich werde euch mein Leben lang dankbar sein. Lasst mich nicht... Was ihr wollt, gebe ich. Was immer ihr verlangt. Rettet mich, Herr. Was hast du gesagt? Du gibst, was ich verlange? Wiederhole es. Yurga schluckte laut, machte den offenen Mund zu und bedauerte, dass er keinen Bart hatte, in den er sich hätte spucken können. Im Kopfe schwirrten ihm fantastische Annahmen herum, welche Belohnung der seltsame Fremdling wohl verlangen könnte. Die meisten, nicht ausgenommen das Recht, sich allwöchentlich seiner jungen Frau Zylinder zu bedienen, erschienen indes nicht so schlimm, wie die Aussicht, den Wagen einzubüßen und erst recht nicht so makaber, wie die Möglichkeit, als weiteres bleichendes Skelett am Grunde der Schlucht zu enden. Die Routine des Kaufmanns zwang ihn blitzschnell zu kalkulieren. Der Reiter, obwohl er nicht nach einem gewöhnlichen Lumpen, Landstreicher oder Marodeur aussah, von denen nach dem Krieg die Straßen voll waren, konnte keinesfalls ein Edelmann sein, ein Graf oder einer von den stolzen Ritterlein, die eine hohe Meinung von sich hatten und Vergnügen daran fanden, ihren Nächsten das Fell über die Ohren zu ziehen. Yoga schätzt ihn nicht höher als 20 Goldstücke ein. Die Händlernatur hielt ihn jedoch davon ab, einen Preis zu nennen. Er beschränkte sich daher darauf, etwas von ewiger Dankbarkeit zu murmeln. Ich habe gefragt, ob du mir geben wirst, was ich verlange. Ihm blieb kein Ausweg. Yoga schluckte den Speichel hinunter, senkte den Kopf und nickte bestätigend. Entgegen seinen Erwartungen lächelte der Unbekannte nicht boshaft. Ganz im Gegenteil. Er schien sich über den Triumph bei dem Handel keineswegs zu freuen. Was soll ich tun? Was soll ich am besten tun? Na schön. Ich will versuchen, dich hier herauszuhauen, obwohl ich nicht weiß, ob das nicht für uns beide fatal endet. Aber wenn es gelingt, gibst du mir dafür... Du sollst mir geben, was du daheim vorfindest und nicht erwartet hast. Gelobst du das? Mhm. Gut. Und jetzt zieh dich zurück. Am besten du kriegst wieder unter den Wagen. Die Sonne wird gleich untergehen. Der Unbekannte sprang vom Pferd, zog den Mantel von den Schultern. Yoga sah, dass er zwei Schwerter auf dem Rücken trug, an einem quer über die Brust laufenden Gurt. Er hatte das undeutliche Gefühl, schon einmal von Leuten gehört zu haben, die ihre Waffen auf diese Art trugen. Das schwarze, bis zu den Hüften reichende Lederwams mit den langen, von silbernen Nieten glänzenden Manschetten konnte bedeuten, dass der Unbekannte aus Novigrad oder der Umgebung kam. Doch die Mode für derlei Kleidung hatte sich in letzter Zeit weit verbreitet, besonders unter jungen Leuten. Ein junger Mann war der Unbekannte allerdings nicht. Der Reiter kramte in den Satteltaschen des Pferdes, klemmte sich ein rundes Köfferchen unter den Armen. Noch nicht unterm Wagen? Er kam näher. Yoga bemerkte, dass auf seiner Brust an einer silbernen Kette ein Medaillon pendelte, das einen Wolfskopf mit offener, mit Reißzähnen bewährter Schnauze darstellte. Plötzlich fiel es ihm ein. Ihr seid ein Hexer? Herr? Erraten. Ein Hexer. Und jetzt geh weg. Auf die andere Seite des Wagens. Komm dort nicht hervor und sei still. Ich muss einen Augenblick allein sein. Yoga gehorchte. Er kauerte sich neben das Rad, wickelte sich in den Umhang. Er wollte nicht sehen, was der Unbekannte auf der anderen Seite des Wagens tat und erst recht nicht die Knochen am Grunde der Schlucht. Also schaute er auf seine Stiefel und auf die grünen, sternförmigen Moosstängel, die zwischen den durchgefaulten Brückenbalken hervorwuchsen. Ein Hexer. Es dämmerte. Er hörte Schritte. Der Unbekannte kam langsam, sehr langsam hinter dem Wagen hervor, ging auf die Mitte der Brücke. Jorga sah, wie er eines seiner Schwerter auf dem Rücken aus der Scheide zog, während er sich hinkniete, sich auf die Fersen setzte. Das Schwert legte er vor sich auf den Boden. Es war eine schöne Waffe. Knauf, Griff und der Beschlag der Scheide funkelten wie Sterne. Herr? Das Gesicht des Fremden war weiß. Weiß und porig wie Quark, den man abgeschöpft und vom Tuch geschabt hat. Die Venen unter der Haut waren schwarz, besonders an Stirn und Schläfen, durchzogen das Gesicht des Fremden wie dunkle Fäden. Und die Augen... Götter! Heulte etwas in Jorga auf. Götter! Die Augen! Hinter den Wagen... Jetzt! Der Kaufmann fühlte plötzlich, wie grässlich ihn die volle Blase drückte. Der Unbekannte senkte den Kopf, schloss die Augen. Ein Hexer. Die Sonne ging unter. Es war kaum noch Licht. Sogar das purpur-goldene Abendrot war erloschen, das eben noch über dem Wald gehangen hatte. An Jogas Ohr begann eine Mücke zu surren. Der Kaufmann rührte nicht einmal die Hand, um sie zu verscheuchen. Die nächste Sorte herrang. Ganze Wolken von Mücken surrten in den Büschen auf der anderen Seite der Schlucht. Sie surrten und heulten. Jogas Ohr Jogas Ohr der die Zähne zusammenpresste, dass es schmerzte, erkannte, dass das keine Mücken waren. Aus der Finsternis an dem strauchbewachsenen Hang der Schlucht kamen kleine, missgestaltete Silhouetten hervor. Nicht größer als vier, fünf Fuß. Erstaunlich dünn. Wie Gerippe. Sie kamen mit sonderbarem, stelzendem Gang, hoben die knochigen Gelenke hoch mit jählen Bewegungen. Die Augen unter den flachen, zerklüfteten Stirnen glänzten golden. In den breiten Froschmäulern blitzten weiße, spitze Hauer. Sie kamen näher. Der Unbekannte, reglos wie eine Statue mitten auf der Brücke kniend, hob plötzlich die rechte Hand, die Finger seltsam geformt. Die zwergwüchsigen Ungeheuer wichen zurück, drängten aber sofort wieder vorwärts. Schnell, immer schneller, die langen, knorrigen Krallen bewährten Pfoten erhoben. Das nächste Monster sprang plötzlich unter der Brücke hervor und die übrigen stürmten in unheimlichen Sätzen voran. Der Unbekannte erhob sich wie eine Sprungfeder. Das Schwert blitzte auf. Der Kopf des auf die Brücke hochgekletterten Ungeheuers flog einen Klafter weit empor, zog einen Fächer von Blut hinter sich her. Der Weißhaarige sprang mitten in die Gruppe der anderen hinein, wirbelte herum, hieb rasch nach links und rechts zu. Die Ungeheuer, mit den Pfoten fuchtelnd und heulend, stürzten sich von allen Seiten auf ihn, ohne auf die schimmernde Klinge zu achten, die wie ein Rasiermesser schnitt. Yoda krochen sich zusammen, an den Wagen gepresst. Etwas fiel ihm unmittelbar vor die Füße, bespritzte ihn mit Blut. Es war eine lange, knochige Pfote, mit vier Krallen und Horn bedeckt wie ein Hühnerbein. Der Kaufmann fielte, wie etwas neben ihm vorbeihuschte. Er duckte sich, wollte unter den Wagen kriechen, doch in diesem Moment landete ein anderes etwas auf seinem Nacken und eine krallenbewehrte Pfote packte ihn. Er bedeckte die Augen mit der Hand, sprang brüllend und kopfschüttelnd auf und wankte auf die Mitte der Brücke, stolperte dabei über auf den Wohlen liegende Leichen. Auf der Brücke tuchte der Kampf. Jorga sah nichts als einen brodelnden Kessel, ein Knäuel, aus dem immer wieder die silberne Klinge aufblitzte. Er fühlte, wie scharfe Krallen das Gewebe seiner Kappe durchdrangen und sich ihm in den Hinterkopf bohrten. Hilfe! Kopf runter! Er presste das Kinn an die Brust und sah aus dem Augenwinkel die Klinge blitzen. Die Schneide pfiff durch die Luft, streifte die Kappe. Er fiel auf die Knie, von der ihm im Nacken hängenden, schon leblosen Last herabgezogen. Der Hexer hatte ihm das Leben gerettet, doch diese Heldentat lenkte ihn einen minimalen Moment ab. Jorga sah, wie eines der Ungeheuer auf ihn zusprang, nach ihm schlug, sah, wie es ihm eine seiner messerscharfen Klauen durchs Gesicht zog, ihm die linke Wange zerschnitt, dabei das Auge nur um Haaresbreite verfehlte. Der Hexer sprang zur Seite und spaltete das Monster mit dem Schwert in zwei Teile. Blut ran ihm aus der Wunde im Gesicht. Vor Jorgas Augen schossen die nächsten drei Ungeheuer unter der Brücke hervor. Wie seltsame Grashüpfer springend stürzten sie sich auf den Unbekannten. Einer erhielt einen kurzen Hieb in das aufgerissene Maul, tappte steif noch ein Stück weiter und krachte auf die Balken. Ein anderer vom äußersten Ende des Schwertes getroffen fiel krampfhaft zuckend hin. Die übrigen ergossen sich über den Weißhaarigen wie Ameisen drängten ihn an den Rand der Brücke. Der nächste flog aus dem Klumpen heraus nach hinten gebogen blutspritzend zitternd und heulend. In diesem Augenblick ging der ganze zusammengeballte Klumpen über den Rand der Brücke und stürzte in die Schlucht. Yoga ließ sich fallen, schlug die Arme überm Kopf zusammen. schlug und o schluckte, stand mit Mühe auf. Er wandte sich um, hob instinktiv schützend die Hände. Vor ihm stand der Hexer, reglos, schwarz, das blitzende Schwert in der gesenkten Hand. Yurga bemerkte, dass er irgendwie schief dastand, zur Seite geneigt. Herr! Was ist mit euch? Der Hexer tat einen Schritt, unbeholfen und schwer, das linke Bein nachziehend. Er streckte eine Hand aus, hielt sich am Wagen fest. Yurga sah das Blut, glänzend und schwarz, über die Bretterinnen. Ihr seid verwundet, Herr! Der Hexer schaute dem Kaufmann direkt in die Augen, hing plötzlich am Wagenkasten und rutschte langsam auf die Brücke. Vorsicht! Langsam! Den Kopf stützen! Jemand soll ihm den Kopf stützen! Da! Da! Auf den Wagen! Götter! Er verblutet! Herr Yurga! Das Blut dringt durch den Verband! Nicht reden! Los vorwärts, Pogwit! Mach hin! Decke ihn mit einem Pelz zu! Well, siehst du nicht, wie er zittert? Vielleicht sollten wir ihm etwas Schnaps in den Mund gießen. Einen Bewusstlosen? Du bist wohl verrückt, Well. Aber den Schnaps gib her! Ich muss was trinken! Ihr Hunde! Haderlumpe! Ihr elenden Feiglinge! Der hat abzuhauen! Einen allein zu lassen! Jennifer! Herr Yurga! Er sagt was! Jennifer! Was? Was sagt er? Ja! Ziri! Was? Was? Unverständliches! Ziri! Irgendwelche Namen! Welche? Jennifer! Ziri! Jennifer! Wo bin ich? Bleibt liegen, Herr! Bewegt euch nicht! Sonst platzt und reißt alles wieder auf! Diese Mistviecher haben euch im Gesicht erwischt! Und euch den Schenkel bis auf den Knochen zerbissen! Ihr habt viel Blut verloren! Erkennt ihr mich nicht? Ich bin Yurga! Mich habt ihr auf der Brücke gerettet! Wisst ihr noch? Aha! Habt ihr Durst? Wie der Teufel! Trinkt, Herr! Trinkt! Das Fieber schüttelt euch! Yurga! Wo sind wir? Wir fahren mit dem Wagen! Sagt nichts, Herr! Bewegt euch nicht! Wir müssen aus den Wäldern heraus zu menschlichen Ansiedlungen! Müssen jemanden finden, der was vom Heilen versteht! Was wir euch ums Bein gewickelt haben, reicht vielleicht nicht! Es blutet immer wieder! Yurga! Ja, Herr! In meinem Köfferchen! Das Fläschchen! Mit grünem Lack! Reiß das Siegel ab! Und gib mir... In einer Schale! Wasch die Schale gut aus! Lass niemanden die Fläschchen anrühren! Wenn euch euer Leben lieb ist! Schnell, Yurga! Verdammt! Wie dieser Wagen holpert! Das Fläschchen, Yurga! Ja! Da! Trinkt! Danke! Jetzt pass auf. Gleich werde ich schlafen. Ich werde mich herumwerfen und fantasieren. Dann werde ich wie leblos daliegen. Das macht nichts. Hab keine Angst. Legt euch wieder hin, Herr. Sonst bricht die Wunde auf und ihr verliert Blut. Er ließ sich auf die Felle zurücksinken, warf den Kopf hin und her, fühlte, wie der Kaufmann ihn mit einem Pelz und einer nach Pferdeschweiß riechenden Decke zudeckte. Der Wagen holperte. Jeder Stoß hallte als rasender Schmerz im Schenkel und in der Hüfte wieder. Der Hexer verzog das Gesicht. Er zeugte damit aber einen weiteren Schmerz in der Wange. Gerold biss die Zähne zusammen. Er hörte... Kinder schreien, die im ausgetrockneten inneren Graben spielten, der die Schlossgärten umgab. Es waren ungefähr zehn. Die Rotznasen machten einen ohrenbetäubenden Krach, überschrien einander mit dünnen, aufgekratzten, ins Falsett abrutschenden Stimmen. Sie liefen am Grunde des Grabens hin und her, erinnerten an einen Schwarm schneller Fische, die blitzschnell und unerwartet die Richtung wechselten, aber immer beisammen blieben. Wie üblich lief hinter den brüllenden Halbwüchsigen, die Dürr waren wie Vogelscheuchen, ein atemloser Kleiner hinterher, ohne sie je einholen zu können. Es sind eine Menge. Moisak lächelte säuerlich, strich sich den Bart, zuckte mit den Schultern. Ja, eine Menge. Und welcher von ihnen... Welcher von diesen Burschen ist das berühmte Überraschungskind? Geralt, ich darf nicht. Kalante? Natürlich. Du hast sie doch wohl nicht eingebildet, sie würde dir das Kind einfach so geben. Du hast sie doch kennengelernt. Das ist eine Frau von Eisen. Ich will dir etwas sagen, was ich nicht sagen sollte, in der Hoffnung, dass du verstehst. Ich zähle auch darauf, dass du mich ihr gegenüber nicht verrätst. Fred. Als das Kind geboren wurde, vor sechs Jahren, hat sie mich rufen lassen und befohlen, ich sollte dich ausfindig machen und umbringen. Du hast abgelehnt. Kalante schlägt man nichts ab. Ich war schon bereit für den Weg, als sie mich abermals rufen ließ und den Befehl wieder rief, ohne eine einzige Bemerkung. Sei vorsichtig, wenn du mit ihr sprichst. Wehr dich. Moisak, erzähl. Wie ist das mit Duni und Pavetta passiert? Sie waren auf der Fahrt von Skellige nach Zintra. Ein Sturm hat sie überrascht. Von dem Schiff sind nicht die kleinsten Splitter gefunden worden. Gerald. Dass das Kind damals nicht bei Ihnen war, ist eine himmelschreiend sonderbare Sache. Unerklärlich. Sie hätten es mit aufs Schiff nehmen müssen, haben es im letzten Augenblick nicht getan. Niemand kennt den Grund. Pavetta trennte sich nie von... Wie hat Kalante es aufgenommen? Ja, was denkst du denn? Ich verstehe. Lärmend wie eine Bande Kobolde rannten die Jungen heraus und an ihnen vorbei. Gerald bemerkte, dass nahe an der Spitze des vorbeihuschenden Schwarms ein Mädchen rannte. Ebenso dünn und brüllend wie die Jungen, nur mit einem wehenden, hellen Zopf. Mit wilden Schreien strömte die Menge wieder den abschüssigen Hang des Grabens hinab. Mindestens die Hälfte, darunter das Mädchen, rutschte auf dem Hintern. Der Kleinste, der immer noch nicht nachkam, überschlug sich, kullerte herab und begann schon am Grunde laut zu weinen. Die anderen Jungen umringten ihn, spotteten und lachten ihn aus, worauf sie weiter rannten. Das Mädchen kniete sich neben dem Kleinen hin, umarmte ihn, wischte die Tränen ab, verschmierte auf dem verzogenen Gesichtchen Rotz und Schmutz. Gehen wir, Geralt. Die Königin wartet. Gehen wir, Moisag. Kalanthe saß auf einer großen Bank mit Rückenlehne, die an Ketten an einem Hauptast einer riesigen Linde hing. Sie schien zu dösen, doch dem widersprach die kurze Beinbewegung, mit der sie von Zeit zu Zeit die Schaukel in Schwung brachte. Bei ihr waren drei junge Frauen. Eine saß neben der Schaukel im Gras. Ihr ausgebreitetes Kleid glänzte auf dem Grün so weiß wie ein Fleckchen Schnee. Die beiden anderen, nicht weit entfernt, plapperten, während sie vorsichtig die Zweige an Himbeersträuchern zur Seite schoben. Moisag verneigte sich. Herrin! Die Königin hob den Kopf. Geralt kniete nieder. Der Hexer Wie früher schmückte sie sich mit Smaragden, die zu dem grünen Kleid passten, und zu ihrer Augenfarbe. Wie früher trug sie einen schmalen, goldenen Reif auf dem aschblonden Haar. Die Hände aber, die er weiß und schmal in Erinnerung hatte, waren nicht mehr so schmal. Sie hatte zugenommen. Sei gegrüßt, Kalante von Sintra. Willkommen, Geralt von Riva. Steh auf. Ich habe dich erwartet. Moisag, Freund. Führ die Damen ins Schloss. Wie ihr befehlt, Majestät. Sechs Jahre. Du bist erstaunlich pünktlich, Hexer. Es hat Augenblicke gegeben... Was sage ich? Jahre, in denen ich mir eingebildet habe, du würdest es vergessen. Beziehungsweise, dass andere Gründe dir nicht erlauben würden, zu kommen. Nein, Unglück habe ich dir im Grunde nicht gewünscht. Aber ich musste ja die einigermaßen gefährliche Art deines Berufes in Betracht ziehen. Es heißt, dass der Tod dir auf Schritt und Tritt folgt, Geralt von Riva. Du aber schaust niemals zurück. Später aber, als Pavetta... Du weißt es schon? Ich weiß. Ich fühle mit ganzem Herzen mit dir. Nein! Das ist lange her. Ich trage keine Trauer mehr, wie du siehst. Ich habe es lange genug getan. Pavetta und Doni... füreinander bestimmt. Bis zum Ende. Wie soll man da nicht an die Macht der Vorsehung glauben? Und nun ist der Hexer wie vereinbart nach sechs Jahren zurückgekehrt. Zurückgekehrt, um die Einlösung des Gelöbnisses zu fordern. Was meinst du, Geralt? Werden die Märchenerzähler so von unserer Begegnung berichten, wenn hundert Jahre vergangen sind? Ich denke, just so. Nur, dass sie die Geschichte sicherlich ausschmücken werden, empfindsame Seiten anschlagen, das Gefühl ansprechen. Ja, darauf verstehen sie sich. Ich kann es mir vorstellen. Bitte hört zu. Und es sprach der grausame Hexer, erfülle das Gelöbnis, Königin, auf das nicht mein Fluch dich treffe. Und die Königin fiel Tränen überströmt vor dem Hexer auf die Knie und rief, Erbarmen, nimm mir dies Kind nicht fort, nur dieses eine ist mir geblieben. Kalante, unterbrich mich nicht. Ich erzähle ein Märchen. Hast du das nicht bemerkt? Hör weiter. Der böse, grausame Hexer stampfte mit dem Fuß auf, fuchtelte mit den Armen und schrie, Hüte dich, Ungetreue, fürchte die Rache des Schicksals. So du das Gelöbnis nicht erfüllst, wirst du der Strafe nicht entgehen. Die Königin aber erwiderte, Gut denn, Hexer, es soll sein, wie das Schicksal es will. Dort, siehe, da spielen zehn Kinder. Du wirst erkennen, welches davon dir vorherbestimmt ist. Es als deines mitnehmen und mich mit gebrochenem Herzen zurücklassen. Im Märchen würde die Königin, wie ich mir vorstelle, dem Hexer erlauben, dreimal zu raten. Wir sind aber nicht mehr im Märchen, Geralt. Wir sind hier, in der Wirklichkeit. Du und ich und unser Problem. Und unsere Vorherbestimmung. Das ist kein Märchen, das ist das Leben. Das lausige, böse, schwere Leben, das nicht mit Irrtümern, Kränkungen, Leid, Enttäuschungen und Unglücken geizt. Das niemandem all dieses vorenthält, weder Hexern noch Königinnen. Und darum, Geralt von Riva, wirst du nur einmal raten. Nur ein einziges Mal. Aber wie gesagt, das ist kein Märchen, sondern das Leben, das wir uns selber mit Glücksmomenten anfüllen müssen. Denn auf das Schicksal und seine Gunst kann man, wie du weißt, nicht zählen. Darum wirst du, unabhängig vom Ausgang des Ratens, nicht mit leeren Händen hier fortgehen. Du wirst ein Kind mitnehmen, das, auf welches deine Wahl fällt. Ein Kind, aus dem du einen Hexer machst. Falls das Kind die Kräuterprobe besteht, versteht sich. Du wunderst dich. Nun ja, ich habe mich ein wenig kundig gemacht. Da Pavettas Kind möglicherweise ein Hexer wird, habe ich mir die Mühe gemacht. Meine Quellen, Geralt, schweigen aber darüber, wie viel Kinder von zehn die Kräuterprobe überstehen. Willst du nicht meine Neugier in dieser Hinsicht befriedigen? Majestät, ihr habt euch bei euren Nachforschungen sicherlich genug Mühe gemacht, um zu wissen, dass mein Kodex und mein Eid mir verbieten, diese Bezeichnung auch nur zu nennen, geschweige denn, darüber zu diskutieren. Drei von zehn Eine scharfe Auslese. Eine sehr scharfe, würde ich sagen. Und das auf jeder Etappe. Zuerst die Auswahl, dann die Proben und dann die Umwandlungen. Wie viele Halbwüchsige erhalten am Ende Medaillons und silberne Schwerter? Einer von zehn? Einer von zwanzig? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gelangt, dass die Auslese der Kinder in der Etappe der Auswahl vernachlässigbar ist. Welchen Unterschied macht es schließlich aus, was das für ein Kind ist, das da vollgestopft mit Narkotika stirbt oder verrückt wird? Was macht es, wessen Hirn im Fieberwahn bürst, wessen Augen platzen und auslaufen, statt Katzenaugen zu werden? Ist da ein Unterschied, ob das Kind, das am eigenen Blut und Erbrochenen erstickt, wirklich von der Vorsehung bestimmt oder ein rein zufällig ausgewähltes Kind ist? Antworte mir. Wozu? Erwartet ihr eine Antwort? Stimmt. Ich erwarte keine. Wie immer bist du unfehlbar in deinen Schlussfolgerungen. Aber wer weiß, vielleicht wäre ich, ohne eine Antwort zu erwarten, geneigt, deinen freiwilligen und aufrichtigen Worten einige Aufmerksamkeit zu widmen. Den Worten, die du, wer weiß, vielleicht gern von dir geben möchtest und mit ihnen das, was dir die Seele bedrängt. Aber wenn nicht, dann eben nicht. weiter, machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen die Märchenerzähler mit Stoff versorgen. Gehen wir das Kind auswählen, Hexa. Kalante, es lohnt nicht, sich um die Märchenerzähler zu sorgen. Wenn ihnen das Material nicht reicht, denken sie sich sowieso was aus. Wenn sie aber authentisches Material zur Verfügung haben, verhunzen sie es. Wie ihr richtig bemerkt habt, das ist kein Märchen, sondern das Leben. Hässlich und schlecht. Also wollen wir es verdammt noch mal halbwegs anständig und gut leben. Die Menge der Kränkungen, die wir anderen antun, auf das unvermeidliche Mindestmaß beschränken. Im Märchen, gewiss, da muss die Königin den Hexer anflehen. Und der Hexer muss verlangen, was ihm zusteht und mit dem Fuß aufstampfen. Im Leben kann die Königin einfach sagen, nimm das Kind nicht fort, bitte. Und dann antwortet der Hexer, da du bittest, nehme ich es nicht. Und geht weg, der untergehenden Sonne nach. Einfach das Leben. Aber für so einen Schluss des Märchens würde der Erzähler von den Zuhörern keinen roten Heller kriegen, höchstens einen Tritt in den Hintern, weil er langweilig ist. Was soll das heißen? Lass uns nicht um den heißen Brei herumreden, Kalante. Du weißt, was ich meine. Wie ich hergeritten bin, werde ich wegreiten. Ich soll ein Kind auswählen? Und was soll ich damit? Denkst du, mir ist gar so viel an ihm gelegen, dass ich gekommen bin, getrieben von der fixen Idee, dir den Enkel zu nehmen? Nein, Kalante. Ich wollte vielleicht dieses Kind sehen, wollte der Vorherbestimmung in die Augen schauen, denn ich weiß selber nicht. Aber fürchte nichts, ich werde ihn nicht mitnehmen. Es genügt, dass du mich bittest. Kalante sprang von der Schaukel. In ihren Augen flammte ein grünes Feuer auf. Bitten dich? Mich fürchten? Ich sollte dich fürchten, du verfluchter Zauberer. Du wagst es, mir dein abscheuliches Mitleid ins Gesicht zu schleudern, mich mit deinem Mitgefühl zu schmähen, mir Feigheit vorzuwerfen, meinen Willen anzuzweifeln. Meine Leutseligkeit ist dir zu Kopf gestiegen. Hüte dich! Der Hexer beschloss, nicht mit den Schultern zu zucken, da er zu dem Schluss gekommen war, es sei sicherer niederzuknien und den Kopf zu senken. Er hatte sich nicht getäuscht. Kalante, die vor ihm stand, hatte die Hände gesenkt, zu ringbesetzten Fäusten geballt. Na also, na endlich, das ist die richtige Haltung. Aus dieser Haltung heraus antwortet man einer Königin, wenn einem die Königin eine Frage stellt. Und wenn es keine Frage ist, sondern ein Befehl, neigst du den Kopf noch tiefer und gehst ihn ausführen. Unverzüglich. Hast du verstanden? Ja, Majestät. Sehr gut. Steh auf. Hatte ich meinen Ausbruch sehr getroffen? Ich meine die Form, nicht den Inhalt. Nicht sehr. Gut. Ich will versuchen, mich nicht mehr zu ereifern. Also, wie gesagt, dort im Graben spielen zehn Kinder. Du wirst einen auswählen, der dir am geeignetsten erscheint, wirst ihn mitnehmen und bei den Göttern einen Hexer aus ihm machen. Denn so will es die Vorsehung. Und wenn nicht die Vorsehung, so sollst du wissen, dass ich es will. Majestät, vor sechs Jahren habe ich euch bewiesen, dass es Dinge gibt, die stärker sind, als der königliche Wille. Bei den Göttern, wenn es sie gibt, werde ich es euch abermals beweisen. Ihr werdet mich nicht zwingen, eine Wahl zu treffen, die ich nicht treffen will. Ich bitte um Verzeihung für die Form, nicht für den Inhalt. Ich habe tiefe Verliese unter dem Schloss. Ich warne dich, noch ein Wort und du wirst darin verfaulen. Keins von den Kindern, die im Graben spielen, eignet sich als Hexer. Keiner davon ist der Sohn Pavettas. Komm. Sie machte auf dem Absatz kehrt. Er folgte ihr zwischen Reihen blühender Sträucher hindurch, zwischen Beeten und Hecken. Die Königin ging in eine Bogenlaube. Dort standen vier große Korbsessel um einen Tisch aus Malachit. Auf der geäderten Platte, die von vier Greifen gehalten wurde, standen ein Krug und zwei silberne Pokale. Setz dich und schenk ein. Sie trank ihm zu, heftig, solide, wie ein Mann. Er tat es des Gleichen, ohne sich zu setzen. Setz dich. Ich will mit dir reden. Ich höre. Woher wusstest du, dass keins der Kinder im Graben Pavettas Sohn ist? Ich wusste nicht. Ich habe geraten. Aha. Das hätte ich mir denken können. Und dass keins von ihnen sich als Hexer eignet? Ist das wahr? Und wie konntest du das feststellen? Mit Magie? Kalanthe, ich brauchte das weder festzustellen, noch nachzuprüfen. Was ihr vorhin gesagt habt, war die reine Wahrheit. Jedes Kind eignet sich. Es entscheidet die Auslese. Später. Bei den Göttern des Meeres, wie mein andauernd abwesender Mann zu sagen pflegt. Also ist das alles nicht wahr? Das ganze Gesetz der Überraschung? Die Legenden von Kindern, die jemand nicht erwarten und von denen, die einem zuerst entgegen kommen? Das habe ich geahnt. Es ist ein Spiel. Ein Spiel mit dem Zufall, mit dem Schicksal. Aber das ist ein verteufelt gefährliches Spiel, Gerald. Ich weiß. Ein Spiel mit jemand des Leid. Warum, sag mir, werden die Eltern oder Beschützer von Kindern zu derart schwierigen und schweren Gelöbnissen gezwungen? Warum werden Kinder fortgenommen? Es gibt doch ringsumher genug, die man niemandem vorzunehmen braucht. Auf den Straßen bieten sich ganze Banden von Obdachlosen und Waisen an. In jedem Dorf kann man billig ein Kind kaufen. Vor der Ernte verkauft jeder Bauer gern eins. Denn was soll's, er macht im Handumdrehen ein neues. Warum also? Warum hast du Duni, Pavetta und mir das Gelöbnis aufgezwungen? Warum erscheinst du hier genau sechs Jahre nach der Geburt des Kindes? Und warum, verdammt, willst du es nicht? Warum sagst du dir, sei nicht an ihm gelegen? Du antwortest nicht. Suchen wir den Grund für dein Schweigen. Die Logik ist die Mutter allen Wissens. Und was sagt sie uns? Was haben wir hier? Einen Hexer, der eine im sonderbaren und zweifelhaften Gesetz der Überraschung verborgene Vorherbestimmung sucht. Der Hexer findet diese Vorherbestimmung und verzichtet plötzlich darauf. Er will, wie er behauptet, das Überraschungskind nicht. Sein Gesicht ist steinern. In seiner Stimme klingen Eis und Metall. Er denkt, dass die Königin, immerhin eine Frau, sich täuschen, sich vom Anschein harter Männlichkeit irreführen lässt. Nein, Geralt. Ich werde dich nicht schonen. Ich weiß, warum du auf die Wahl des Kindes verzichtest. Du verzichtest, weil du nicht an die Vorherbestimmung glaubst. Weil du dir nicht sicher bist. Und du, wenn du dir nicht sicher bist, dann beginnst du, dich zu fürchten. Ja, Geralt. Was dich bewegt, ist die Furcht. Bestreite es. Du bestreitest es nicht? Nein. Du hast in meinen Augen gewonnen. Wie seid ihr darauf gekommen, Calante? Ich bin nicht darauf gekommen. Ich habe geraten. Gerald. Ja, Calante? Du glaubst nicht an die Vorherbestimmung? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt an etwas glaube. Was aber die Vorherbestimmung betrifft. Ich fürchte, sie genügt nicht. Es braucht etwas mehr. Ich muss dich etwas fragen. Was ist mit dir? Du warst ja wohl auch ein Überraschungskind. Moisak behauptet... Nein, Calante. Moisak hat ganz etwas anderes gemeint. Moisak... Er weiß es wohl. Er weiß es wohl. Aber er benutzt diesen nützlichen Mythos, wenn es ihm zu Pass kommt. Es ist nicht wahr, dass ich derjenige gewesen wäre, den man zu Hause antraf und mit dem man nicht gerechnet hatte. Es ist nicht wahr, dass ich eben darum Hexer geworden wäre. Ich bin ein gewöhnliches Findelkind, Calante. Der unerwünschte Bankert einer Frau, an die ich mich nicht erinnere. Aber ich weiß, wer sie ist. Sind alle Geschichten vom Gesetz der Überraschung Legenden? Alle. Den Zufall kann man schwerlich Vorherbestimmung nennen. Aber ihr Hexer hört nicht auf zu suchen. Wir hören nicht auf. Doch es hat keinen Sinn. Nichts hat Sinn. Ihr glaubt, dass ein Kind der Vorsehung die Proben ohne Gefahr durchgibt? Wir glauben, dass bei einem solchen Kind keine Proben erforderlich wären. Eine Frage, Geralt. Ziemlich persönlich. Du erlaubst? Ja. Es gibt bekanntlich keine bessere Methode, Eigenschaften zu vererben, als die natürliche. Du hast die Proben durchgemacht und überlebt. Wenn dir also an einem Kind gelegen ist, das bestimmte Eigenschaften und Widerstandskräfte hat... Warum suchst du dir keine Frau, die... Ich bin taktlos, was? Aber anscheinend habe ich es erraten. Wie immer seid ihr unfehlbar in euren Schlussfolgerungen, Kalanté. Ihr habt es erraten. Natürlich. Das, wovon ihr sprecht, ist mir verwehrt. Entschuldige. Nun ja, das ist menschlich. Das ist nicht menschlich. Ach. Also kann kein Hexer... Keiner. Die Kräuterprobe, Kalanté, ist schrecklich. Und was mit den Jungen während der Umwandlungen geschieht, ist noch schlimmer. Und unumkehrbar. Werd nur nicht rührselig, denn das passt nicht zu dir. Egal, was mit dir gemacht worden ist, ich sehe das Ergebnis. Für meinen Geschmack durchaus zufriedenstellend. Wenn ich Grund zu der Annahme hätte, dass Pavettas Kind eines Tages dir ähnlich würde, würde ich keinen Augenblick zögern. Das Risiko ist zu groß. Wie ihr gesagt habt, es überleben höchstens drei von zehn. Zum Teufel! Ist denn nur die Kräuterprobe riskant? Gehen nur die künftigen Hexer ein Risiko ein? Das Leben ist voller Risiken. Im Leben findet auch ständig eine Auslese statt, Geralt. Ein unglücklicher Zufall, eine Krankheit, ein Krieg. Sich dem Schicksal zu widersetzen, kann ebenso riskant sein, wie sich ihm anzuvertrauen. Geralt. Ich würde dir dieses Kind geben. Aber... Ich habe auch Angst. Ich würde das Kind nicht nehmen. Ich könnte die Verantwortung nicht auf mich nehmen. Ich wäre nicht bereit, sie euch aufzubürden. Ich möchte nicht, dass dieses Kind eines Tages an euch denkt, wie... Wie ich. Hast du diese Frau, Geralt? Meine Mutter? Nein, Kalantay. Ich kann mir denken, dass sie vor der Wahl stand. Vielleicht blieb ihr keine Wahl. Nein. Sie konnte wählen. Ihr wisst ja, dass es nur einen passenden Zauberspruch oder ein Elixier braucht. Die Wahl. Eine Wahl, die man achten muss. Denn das ist das heilige und unanfechtbare Recht einer jeden Frau. Gefühle spielen da keine Rolle. Sie hatte das unanfechtbare Recht zur Entscheidung. Sie hat sie getroffen. Aber ich denke... Eine Begegnung mit ihr... Das Gesicht, das sie jetzt machen würde... Das würde mir eine Art perverses Vergnügen bereiten. Wenn du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Aber du wirst kaum Gelegenheit zu diesem Vergnügen haben. Ich kann dein Alter nicht schätzen, Hexer. Aber ich nehme an, du bist weitaus älter, als dein Aussehen vermuten lässt. Damit muss jene Frau... Dene Frau wird gewiss weitaus jünger, als ich, aussehen. Eine Zauberin? Ja. Hm. Interessant. Ich dachte, Zauberinnen könnten keine... Das dachte sie sicherlich auch. Sicherlich. Aber du hast Recht. Wir wollen das Recht der Frau auf die Entscheidung nicht diskutieren. Denn diese Sache steht außer Diskussion. Kehren wir zu unserem Problem zurück. Du wirst das Kind nicht mitnehmen? Unwiderruflich? Unwiderruflich. Und wenn... Wenn die Vorherbestimmung nicht durchweg ein Mythos ist, wenn es sie wirklich gibt, ist da nicht zu befürchten, dass sie sich rächen kann? Wenn sie sich rächt, dann an mir. Ich bin es, der sich ihr entgegenstellt. Ihr habt schließlich euren Teil der Verpflichtung erfüllt. Wenn aber die Vorherbestimmung keine Legende ist, hätte ich unter den von euch bestimmten Kindern das Richtige auswählen müssen. Ist Pavettas Kind also doch unter ihnen? Ja. Willst du es sehen? Willst du der Vorsehung ins Auge blicken? Nein. Ich will nicht. Ich verzichte. Ich entsage. Ich entsage diesem Jungen. Ich will der Vorsehung nicht ins Auge blicken. Denn ich glaube nicht an sie. Denn ich weiß, dass um zwei Menschen zu verbinden, Vorherbestimmung allein nicht ausreicht. Es braucht etwas mehr als Vorherbestimmung. Ich spotte über die Vorsehung. Ich werde ihr nicht folgen wie ein Blinder, den man an der Hand führt, der nichts versteht und naiv ist. Das ist mein unumstößlicher Entschluss, Kalanthe von Zintra. So soll es denn sein, Geralt von Riva. Vielleicht war es dir gerade vorherbestimmt, zu entsagen und zu verzichten. Ich glaube, genau so war es. Denn du sollst wissen, wenn du gewählt hättest, wenn du den Regeln gemäß gewählt hättest, dann hätte die Vorsehung, der du spottest, sich einen grausamen Scherz mit dir gemacht. Er schaute in ihres maragdgrünen Augen. Sie lächelte. Er konnte dieses Lächeln nicht entziffern. Neben der Laube wuchs ein Rosenstrauch. Er brach einen Stängel, pflückte die Rose, kniete nieder, bot sie ihr da, den Kopf gesenkt. Sie nahm die Rose aus seiner Hand und hob sie an ihr Gesicht. Schade, dass ich dir nicht früher begegnet bin, Weißhaariger. Steh auf. Wenn du deine Meinung änderst, wenn du dich entschließt, komm wieder nach Zintra. Ich werde warten. Und auch deine Vorherbestimmung wird warten. Vielleicht nicht endlos, aber gewiss noch einige Zeit. Lebt wohl, Kalanté. Lebt wohl, Hexer. Gib auf dich Acht. Ich habe... Eben hatte ich ein Vorgefühl. Eine seltsame Ahnung, dass ich dich zum letzten Mal sehe. Lebt wohl, Majestät. Bewegt euch nicht, Herr. Ich muss euch den Verband wechseln, denn die Wunde eitert und das Bein schwillt euch fürchterlich an. Götter sieht das übel aus. Wir müssen so schnell wie möglich einen Arzt finden. Pfeif auf den Arzt. Gib mein Köfferchen her, Yoga. Da, das Fläschchen. Gieß direkt auf die Wunde. Verdammt doch mal. Schon gut. Gieß weiter. In Ordnung. In Ordnung. Schraub fest zu. Und deck mich zu. Der ganze Schenkelherr ist angeschwollen. Und Fieber habt ihr. Pfeif auf das Fieber. Jürger? Ja, Herr? Ich hab vergessen, dir zu danken. Nicht ihr habt zu danken, Herr, sondern ich. Ihr wart es, der mir das Leben gerettet hat. Bei meiner Verteidigung habt ihr Schaden genommen. Und ich? Was hab ich denn getan? Dass ich einen Verletzten, wie er bewusstlos war, verbunden hab? Auf den Wagen gelegt? Ihn nicht hab verrecken lassen? Das ist was ganz Gewöhnliches, Herr Hexer. So gewöhnlich nun auch wieder nicht, Jürger. Ich bin schon liegen gelassen worden. In ähnlichen Situationen. Wie ein Hund. Na ja, was soll's. Eine widerwärtige Welt ist das rings und her. Aber das ist kein Grund, dass wir auch widerwärtig sind. Güte brauchen wir. Das hat mich mein Vater gelehrt. Und das werde ich meine Söhne lehren. Der Hexer betrachtete die Baumäste, die über die Straße hingen und weiter wanderten, als der Wagen vorankam. Der Schenkel wurde taub. Er spürte keinen Schmerz. Wo sind wir? Wir haben die Furt durch die Trabe durchquert. Jetzt sind wir in den Blasenkirschhainen. Das ist schon nicht Metimerien, sondern Sodden. Ihr habt die Grenze verschlafen, als die Zöllner auf dem Wagen herumgestöbert haben. Ich kann euch sagen, die haben sich sehr über euch gewundert. Aber ihr Anführer kannte euch. Er hat befohlen, uns unverzüglich durchzulassen. Erkannte mich? Ja doch. Kein Zweifel. Geralt hat er euch genannt. So hat er gesagt. Geralt von Riva. Das ist euer Name? Ist es. Dieser Zöllner hat versprochen, jemanden mit der Botschaft vorauszuschicken, dass ein Arzt gebraucht wird. Und ich hab ihm noch was in die Hand gedrückt, dass er es nicht vergisst. Ich danke dir, Yorga. Nein, Herr Hexer. Wie ich schon gesagt hab. Ich danke euch. Und nicht nur das. Ich schulde euch noch was. Wir haben abgemacht. Was ist euch, Herr? Ist euch nicht gut? Yorga. Das Fläschchen mit dem grünen Siegel. Herr, ihr werdet wieder... Ihr habt da so schrecklich im Schlafe geschrien. Ich muss, Yorga. Wie ihr wollt. Wartet. Ich gieße es gleich in die Schale. Bei den Göttern. Einen Arzt brauchen wir. Schleunigst. Sonst... Über sich sah der Hexer... Milliarden Sterne. So nahe, dass es schien, als brauche man nur die Hand auszustrecken. Direkt über dem Kopf. Gleich über den Baumwipfeln. Er ging und wählte seinen Weg so, dass er sich vom Licht, vom Feuerschein fernhielt. Dass er sich immer im Bereich der schwankenden Schatten befand. Das war nicht leicht. Stöße von Tannenstämmen brannten überall in der Umgebung. Schleuderten roten Feuerschein gen Himmel. Mit Funken durchsetzt. Markierten die Dunkelheit mit helleren Rauchwimpeln. Warfen Lichtblitzer auf die ringsum tanzenden Silhouetten. Geralt blieb stehen, um einen auf ihn zukommenden, den Weg versperrenden Zug von wild und schreiend Tanzenden vorbeizulassen. Jemand fasst ihn an der Schulter, versuchte ihm einen großen Holzbecher in die Hand zu drücken, von dem Schaum tropfte. Er lehnte ab, schob leicht, aber entschieden den wankenden Mann von sich weg, der ringsum Bier aus einem unter den Arm geklemmten Fässchen versprühte. Er wollte nicht trinken. Nicht in einer Nacht wie dieser. Unweit auf einem Gerüst aus Birkenstämmen, das neben einem großen Feuer hochragte, küßte der hellblonde Maikönig mit einem Kranz und Werkhosen, die rothaarige Maikönigin. Er betastete durch das dünne, verschwitzte Brauthemd hindurch ihre Brüste. Der Monarch war mehr als beschwipst. Er schwankte und hielt das Gleichgewicht mit dem um die Königin geschlungenen Arm, wobei er ihr die Faust gegen den Rücken drückte, die den Bierhumpen umklammerte. Die Königin, auch nicht besonders nüchtern, mit über die Augen gerutschtem Kranz, hatte dem König die Arme um den Hals gelegt und trat von einem Fuß auf den anderen. Die Menge tanzte unter dem Gerüst, sang, schrie, schüttelte mit grünen und mit Blumen umbundene Stäbe. Benetein! Ein junges, nicht besonders großes Mädchen, zog Geralt am Ärmel und zwang ihn, sich in dem sie umringenden Reigen zu drehen. Sie tanzte neben ihm, ließ den Rock rauschen und die Haare voller Blumen wehen. Er ließ sich von ihr im Tanze drehen, wirbelte herum, ging den anderen Paaren geschickt aus dem Wege. Benetein! Die Maynacht! Neben ihnen Getümmel, ein spitzer Schrei, das nervöse Gelächter eines Mädchens, das sich zum Schein wehrte, während ein Bursche es in die Dunkelheit trug, aus dem Lichtschein heraus. Der Zug der Tanzenden schlug Haken und wand sich zwischen den brennenden Holzstößen hindurch. Jemand stolperte, fiel hin, ließ die Kette auseinanderreißen, den Zug in kleinere Grüppchen zerfallen. Das Mädchen schaute unter den Blättern hervor, die ihre Stirn schmückten, Geralt an, kam näher, drängte sich mit Macht an ihn, schlang die Arme um ihn, atmete schwer. Er umfasste sie, brutaler, als er eigentlich wollte. Mit den an ihren Rücken gepressten Handflächen fühlte er durch das dünne Leinen hindurch die heiße Feuchtigkeit ihres Körpers. Sie blickte zu ihm auf. Die Augen hatte sie geschlossen. Die Zähne blitzten unter der hochgezogenen Oberlippe. Sie roch nach Schweiß und Kalmus, nach Rauch und Verlangen. Warum nicht, dachte er, während er ihr mit der Hand über das Kleidchen und den Rücken strich, sich an der feuchten, dampfenden Wärme unter den Fingern erfreute. Das Mädchen war nicht sein Typ. Zu klein, zu mollig. Er fühlte unter der Hand die Stelle, wo das Gürtelband des Kleidchens in den Körper schnitt, den Rücken in zwei deutlich spürbare Wölbungen zerteilte, an einer Stelle, wo keine sein sollten. Warum nicht, dachte er. In so einer Nacht schließlich. Es hat nichts zu bedeuten. Belletheim Feuer bis zum Horizont Belletheim Die Weihnacht Der nächste Stoß fraß krachend die ihm zugeworfenen, trockenen, aufgegangenen Kienäpfel. Verströmte, goldene Helligkeit. Tauchte alles im Licht. Das Mädchen öffnete die Augen, schaute hoch, in sein Gesicht. Er hörte sie laut Luft holen, fühlte, wie sie sich straffte, wie sie heftig die Hände gegen seine Brust stemmte. Er ließ sie sofort los. Sie zögerte. Sie neigte den Oberkörper auf die Länge der leicht gestreckten Arme zurück, ohne die Hüften von seinem Schenkel zu lösen. Sie senkte den Kopf. Dann zog sie die Hände weg, wich zurück, blickte zur Seite. Eine Weile standen sie reglos da, bis der zurückkehrende Reigen wieder auf sie traf, sie in Bewegung versetzte, sie trennte. Rasch wandte sich das Mädchen ab, lief weg, versuchte sich unbeholfen, den Tanzenden anzuschließen. Sie schaute sich um, ein einziges Mal. Balletheim. Was tue ich hier? In der Finsternis glomm ein Stern auf, funkelte, bandte den Blick. Das Medaillon am Halse des Hexers zuckte. Instinktiv weitete Geralt die Pupillen. Durchdrang mit seinem Blick mühelos das Dunkel. Die Frau war keine Bäuerin. Bäuerinnen trugen keine schwarzen Samtumhänge. Bäuerinnen schrien, wenn ein Mann sie ins Gebüsch trug oder zog. Kicherten, zappelten und wandten sich wie aus dem Wasser gezogene Forellen. Keine von ihnen hätte den Eindruck erweckt, sie sei es, die den hochgewachsenen blonden Burschen im aufgeknüpften Wams in die Dunkelheit führte. Bäuerinnen trugen niemals Samthalsbänder und mit Diamanten besetzte Obsidiansterne. Die plötzlich geweiteten, pfeilchenblauen Augen brannten im blassen, dreieckigen Gesicht. Sie ließ die Hand des blonden Cherubs mit der vom Schweiß wie Kupferblech glänzenden Brust los. Der Bursche wankte, strauchelte, fiel in die Knie, drehte den Kopf hin und her, schaute sich um, murmelte etwas. Was soll das denn jetzt? Langsam stand er auf, betrachtete sie mit verständnislosem, beunruhigtem Blick, worauf er unsicheren Schrittes zu den Feuern hinging. Die Zauberin blickte ihm nicht einmal nach. Sie betrachtete wachsam den Hexer und ihre Hand schloss sich fest um den Saum des Umhangs. Schön, dich wiederzusehen. Und überhaupt, eine durchweg nette Überraschung. Yadda. Was tust du hier, Geralt? Ach, entschuldige die dumme Frage. Natürlich tust du das Gleiche wie ich. Es ist ja Belletheim. Nur, dass du mich, sagen wir, auf frischer Tat ertappt hast. Ich habe dich gestört. Ich werde es aushalten. Die Nacht ist noch lang. Wenn ich will, verzaubere ich den Nächsten. Schade, dass mir das nicht gelingt. Eben hatte einer im Licht meine Augen gesehen und ist weggelaufen. Gegen Morgen, wenn sie richtig in Fahrt gekommen sind, werden sie nicht mehr drauf achten. Du findest schon noch was. Du wirst sehen. Yen. Geralt, nein. Lass uns nicht damit anfangen. Es ist Belletheim. Hast du das vergessen? Langsam kam sie näher, legte ihm die Hände auf die Schultern. Langsam und vorsichtig schmiegte sie sich an ihn, berührte mit der Stirn seine Brust. Er strich ihr über die rabenschwarzen Haare, die sich in Locken herabschlängelten. Glaub mir. Ich würde keinen Augenblick zögern, ginge es nur um... Aber das hat keinen Sinn. Alles beginnt von Neuem und endet so wie zuvor. Es hat keinen Sinn, dass wir... Muss alles einen Sinn haben? Es ist Belletheim. Belletheim. Ja und? Etwas hat uns zu diesen Feuern hingezogen. Zu diesen fröhlichen Leuten. Wir hatten vor, zu tanzen, herumzutollen, uns ein wenig zu benebeln und die hier alljährlich herrschende Freizügigkeit zu nutzen, die untrennbar mit dem festes sich wiederholenden Zyklus der Natur verbunden ist. Und bitte. Wir treffen geradewegs aufeinander. Und das nach... Wie lange ist das her? Ein Jahr? Ein Jahr, zwei Monate, 18 Tage. Du rührst mich. Mit Absicht? Mit Absicht. Yen... Geralt, lass uns das klarstellen. Ich will nicht. Ich will nicht. Er nickte, zum Zeichen, dass es hinreichend klargestellt sei. Yennefer warf den Umhang zurück. Unterm Umhang trug sie eine sehr dünne, weiße Bluse und einen schwarzen Rock, der von einem Gürtel aus silbernen Metallgliedern gehalten wurde. Und wenn ich daran denke, mit dir zu tun, was... Was ich mit dem Blonden zu tun vorhatte. Nach denselben Regeln... Dieser Gedanke, Geralt, kommt mir irgendwie unschön vor, als würde er dich und mich zum Eigentum machen. Du verstehst? Du wirst nicht weggehen? Nein. Bist du böse? Nein. Na dann komm. Setzen wir uns irgendwo hin. Abseits von diesem Getümmel. Und reden wir ein Weilchen. Denn weißt du... Ich freue mich über diese Begegnung. Wirklich. Lass uns eine Weile beisammensitzen. Gut? Gut, ja. Sie gingen ins Dunkel, weiter auf die Heide, zur schwarzen Wand des Waldes, im Bogen um umschlungene Paare herum. Um einen Platz für sich allein zu finden, mussten sie weit gehen. Ein trockenes Hügelchen, mit Wacholderbüschen bewachsen. Dunkel wie Zypressen. Die Zauberin löste die Brosche des Umhangs, schüttelte ihn, breitete ihn auf dem Boden aus. Er setzte sich neben sie. Er hätte sehr gern den Arm um sie gelegt. Doch zum Trotz tat er es nicht. Jennifer rückte die tief ausgeschnittene Bluse zurecht. Sah ihn durchdringend an. Und umarmte ihn. Er hätte es erwarten können. Um Gedanken zu lesen, musste sie sich anstrengen. Doch Absichten spürte sie instinktiv. Ach, verdammt! Sie rückte plötzlich ab, hob die Hand, rief einen Spruch. Anada enie. Über ihren Köpfen flogen rote und grüne Kugeln hoch. Zerstoben weit oben in der Luft und bildeten bunte, gefiederte Blumen. Balatine. Die Mainacht. Der Zyklus wiederholt sich. Sollen sie sich vergnügen, wenn sie können. In der Gegend waren noch andere Zauberer. In der Ferne schossen drei goldgelbe Blitze in die Höhe. Und auf der anderen Seite, aus dem Wald hervor, explodierte förmlich ein Geysir von regenbogenfarbenen, wirbelnden Meteoren. Gerold nahm sich zusammen, strich Yennefer über die Locken, atmete den Duft von Flieder und Stachelbeeren ein, den sie verströmten. Wenn ich zu heftig nach ihr verlange, dachte er, spürt sie das sofort. Sie wird stutzig, wiegelt sich ein und stößt mich weg. Ich werde ruhig fragen, was es bei ihr Neues gibt. Bei mir gibt's nichts Neues. Nichts, das zu erzählen sich lohnen würde. Mach das nicht mit mir, Yen. Lies mich nicht. Das macht mich wütend. Entschuldige. Die Gewohnheit. Und bei dir, Geralt? Was gibt's Neues? Nichts. Nichts, was zu erzählen sich lohnen würde. Balatine. Sie vergnügen sich. Sie feiern den ewigen Zyklus der wiedergeborenen Natur. Und wir? Was tun wir hier? Wir Überbleibsel. Zum Aussterben verurteilt. Zu Vernichtung und Vergessenheit. Die Natur wird wiedergeboren. Der Zyklus wiederholt sich. Aber wir nicht, Geralt. Wir können uns nicht wiederholen. Wir haben die Möglichkeit erhalten, mit der Natur ungewöhnliche Dinge zu tun. Mitunter sogar ihr geradezu widersprechende. Und zugleich ist uns verboten, was in der Natur am einfachsten und natürlichsten ist. Was nützt es, dass wir länger leben als sie? Auf unseren Winter folgt kein Frühling. Wir werden nicht wiedergeboren. Das, was zu Ende geht, geht zusammen mit uns zu Ende. Und doch zieht es dich, zieht es mich zu diesen Feuern. Obwohl unsere Anwesenheit hier ein böser und lästerlicher Hohn auf diese Welt ist. Er schwieg. Er mochte es nicht, wenn sie in solch eine Stimmung verfiel, deren Ursprung er nur zu gut kannte. Wieder, dachte er. Wieder beginnt es sie zu quälen. Es gab eine Zeit, da schien sie es vergessen zu haben. Schien sich wie die anderen abgefunden zu haben. Er umarmte sie. Drückte sie an sich. Wiegte sie leicht wie ein Kind. Sie ließ es geschehen. Er wunderte sich nicht. Er wusste, dass sie das nötig hatte. Weißt du, Geralt. Am meisten hat mir dein Schweigen gefehlt. Er berührte mit dem Mund ihre Haare. Das Ohr. Ich will dich, Yin, dachte er. Ich will dich. Du weißt doch. Du weißt es doch, Yin. Ich weiß. Yin. Nur heute. Nur diese Nacht, die bald vorbei ist. Es soll unser Balletine sein. Morgen früh trennen wir uns. Bitte rechne nicht mit mehr. Ich kann nicht. Könnte nicht. Verzeih. Wenn ich dich verletzt habe, küss mich und geh fort. Wenn ich dich küsse, gehe ich nicht fort. Damit habe ich gerechnet. Sie neigte den Kopf. Er berührte mit dem Mund ihre geöffneten Lippen. Vorsichtig. Erst die obere, dann die untere. Er vergrub die Finger in die krausen Locken, berührte ihr Ohr, den kleinen Brillantring, ihren Hals. Jennifer erwiderte den Kuss und schmiegte sich an ihn. Und ihre geschickten Finger wurden schnell und sicher mit den Schnallen seines Wamses fertig. Sie ließ sich rücklinks auf den auf weichem Moos ausgebreiteten Umhang fallen. Er presste die Lippen an ihre Brust, fühlte, wie die Brustwarze hart wurde und sich unter dem dünnen Stoff der Bluse abzeichnete. Yen. Sag nichts. Bitte. Belletain. Feuer bis zum Horizont. Feuer bis zum Horizont. Feuer bis zum Horizont. Yen? Oh, Geralt. Yen? Du weinst? Nein. Yen? Ich hab mir geschworen. Mir geschworen. Sag nichts. Brauchst du nicht. Ist dir nicht kalt? Doch. Und jetzt? Wärmer. Der Himmel wurde in erschreckendem Tempo heller. Die schwarze Wand des Waldes bekam Konturen, streckte aus der gestaltlosen Finsternis die deutliche, gezackte Linie der Baumwipfel hervor. Die hinter ihr heraufziehende blaue Ankündigung des Morgengrauens ergoss sich den Horizont entlang, löschte die Lampen der Sterne. Es wurde kühler. Er drückte sie heftiger an sich, schlang den Umhang um sie. Gerold? Hm? Es wird gleich hell. Ich weiß. Habe ich dich gekränkt? Ein wenig. Beginnt es von vorn? Es hat nie aufgehört. Ich bitte dich. Deinetwegen fühle ich mich... Sag nichts. Alles ist gut. Gerold? Ja. Erinnerst du dich an unsere Begegnung im Falkengebirge und an diesen goldenen Drachen? Wie hieß er? Drei Dohlen. Ich erinnere mich. Er hat uns gesagt... Ich weiß, Jan. Wir sind füreinander geschaffen. Vielleicht sind wir füreinander bestimmt. Aber es wird ja nichts dabei herauskommen. Schade. Aber wenn es Tag wird, werden wir uns trennen. Anders kann es nicht sein. Wir müssen uns trennen, um einander nicht wehzutun. Wir, die wir füreinander bestimmt sind, füreinander geschaffen. Der oder die, die uns füreinander geschaffen haben, müssen sich um etwas mehr sorgen. Vorherbestimmung allein reicht nicht. Ist zu wenig. Zu wenig. Es braucht etwas mehr. Verzeih mir. Ich musste dir das sagen. Ich weiß. Ich wusste, dass es keinen Sinn haben würde, wenn wir uns lieben. Du irrst dich. Es hatte Sinn. Trotz allem. Reite nach Zintra, Gerald. Was? Reite nach Zintra. Reite hin und verzichte diesmal nicht. Mach es nicht wie damals, als du dort warst. Woher weißt du? Ich weiß alles über dich. Hast du das vergessen? Reite nach Zintra. Reite so schnell wie möglich hin. Es brechen schlimme Zeiten an, Geralt. Sehr schlimme. Du musst es schaffen. Jen. Sag nichts. Bitte. Geh noch nicht fort. Lass uns warten, bis die Sonne aufgeht. Lass uns warten. Er erwachte und stellte erstaunt fest, dass der im Schenkel bohrende Schmerz verschwunden war. Auch die pochende, die Haut spannende Schwellung schien ihn nicht mehr zu belästigen. Er wollte mit der Hand hinfassen, konnte sich aber nicht bewegen. Ehe er erfasste, dass nur die Last der Felle, mit denen er zugedeckt war, seine Bewegungsfreiheit einschränkte, strömte ihm ein widerwärtiges Erstaunen in den Bauch, bohrte sich ihm wie Sperrbackrallen in die Eingeweide. Er schloss und öffnete die Hand. Langsam und wiederholte in Gedanken, Nein, nein, ich bin nicht gelähmt. Du bist erwacht. Beweg dich nicht. Jedenfalls nicht so heftig. Tut es weh? Nein. Die Wunde nicht. Der Rücken. Wund gelegen. Das kriegen wir hin. Da. Trink das aus. Langsam. In kleinen Schlücken. In der Flüssigkeit herrschten Geruch und Geschmack von Wacholder vor. Eine alte Methode, dachte er. Wacholder und Minze. Beides Zutaten ohne Bedeutung. Nur dazu da, die wahre Zusammensetzung zu verdecken. Außerdem erkannte er Nebelblättlingen. Vielleicht Wundfuß. Ja. Bestimmt ist das Wundfuß. Mit Wundfuß neutralisiert man Toxine, reinigt das von einem Gangren oder einer Vergiftung verdorbene Blut. Trink. Alles. Langsamer, sonst verschluckst du dich. Das Medaillon an seinem Hals begann leicht zu vibrieren. Magie war also auch in dem Trank. Mit Anstrengung weitete er die Pupillen. Nun, da sie seinen Kopf anhob, konnte er sie genauer betrachten. Sie war von feingliedriger Statur. Sie trug Männerkleidung. Ihr Gesicht war klein und blass in der Dunkelheit. Wo sind wir? Auf einer Lichtung von Teerbrennen. In der Luft lag der Geruch von Holzkohle. Er schaute abermals hin, da es hell war. Ihre Haare wurden von einem Band aus Schlangenhaut gehalten. Die Haare Atemberaubender Schmerz in Kehle und Brustbein. Hände krampfhaft gegen die Brust gedrückt. Sie hatte rote Haare. Feuerrote. Im Feuerschein wirkten sie zinnoberrot. Sie nahm seine Gefühle wahr, missdeutete sie aber. Tut es weh? Einen Augenblick. Er spürte einen plötzlichen Strom von Wärme aus ihrer Hand, der sich über den Rücken ausbreitete und hinab zum Gesäß floss. Wir werden dich umdrehen. Versuch es nicht selber. Du bist sehr geschwächt. Hey! Könnte mir jemand helfen? Schritte vom Feuer her. Schatten. Umrisse. Jemand beugte sich über ihn. Jorga. Wie fühlt ihr euch her? Ist es euch besser? Helft mir, ihn auf den Bauch zu drehen. Vorsichtig. Leisam. So. Ja. Gut. Danke. Er brauchte sie nicht mehr anzuschauen. Auf dem Bauch liegend brauchte er nicht mehr zu riskieren, ihr in die Augen zu blicken. Er beruhigte sich, brachte die zitternden Hände unter Kontrolle. Sie hätte es spüren können. Er hörte die Schlösser ihrer Tasche klicken, Fläschchen und Porzellanviolen klirren. Er hörte sie atmen, fühlte die Wärme ihres Schenkels. Sie kniete neben ihm. Meine Wunde, war sie schwierig? Die im Gesicht nicht. Du hast großes Glück gehabt. Es ging knapp am Auge vorbei. Was die Wunde am Bein angeht. Nun ja, die war schon ein wenig schwierig. Bei Verwundungen von Zähnen kommt das vor. Die hässlichste Art von Wunden. Aber für dich wohl nichts Neues, Hexa. Sie weiß es, dachte er. Sie stochert mir in den Gedanken herum. Liest sie sie? Wohl nicht. Und ich weiß auch warum nicht. Sie hat Angst. Ja, wohl nichts Neues. Ich habe etliche Narben an dir gesehen. Aber ich bin zurechtgekommen. Weißt du, ich bin Zauberin. Und gleichzeitig Heilerin. Mein Fachgebiet. Sie geht darauf ein, dachte er. Was die Wunde am Bein betrifft, musst du wissen, dass dich dein Puls gerettet hat, der viermal langsamer als der Puls eines gewöhnlichen Menschen geht. Sonst hättest du nicht überlebt. Das kann ich mit Gewissheit sagen. Ich habe gesehen, was sie dir ums Bein gewickelt hatten. Es sollte einen Verband imitieren. Aber den hat es schlecht imitiert. Sie zog ihm das Wams bis zum Hals hoch. Später kam eine Blutvergiftung hinzu, wie es bei Bisswunden gewöhnlich der Fall ist. Sie ist gebremst worden. Natürlich ein Hexer-Elixier. Das hat viel geholfen. Ich begreife aber nicht, warum du zugleich Halluzinogene genommen hast. Ich habe eine Menge von deinen Fieberfantasien gehört, Geralt von Riva. Sie liest meine Gedanken. Dachte er. Sie tut es doch. Oder vielleicht hat Yoga ihr gesagt, wie ich heiße. Vielleicht habe ich mich unter dem Einfluss der schwarzen Möwe im Schlaf verplappert. Weiß der Teufel. Aber das Wissen, wie ich heiße, nützt dir nichts. Nichts. Sie weiß nicht, wer ich bin. Sie hat keine Ahnung, wer ich bin. Er fühlte, wie sie ihm vorsichtig, eine kalte, lindernde Salbe mit starkem Kampfergeruch auf den Rücken strich. Sie hatte kleine und sehr weiche Hände. Entschuldige, dass ich das auf herkömmliche Art tue. Ich könnte dir die wundgelegenen Stellen mit Hilfe von Magie heilen. Aber ich habe mich bei der Wunde am Bein etwas verausgabt und fühle mich nicht besonders. Am Bein habe ich zusammengefügt und geschlossen, was möglich war. Du bist nicht mehr in Gefahr. Stehe aber in den nächsten zwei Tagen nicht auf. Sogar die magische Verbindung von Blutgefäßen bricht leicht auf. Du würdest hässliche Blutergüsse bekommen. Eine Narbe bleibt natürlich. Zwei, um genau zu sein. Die auf der Wange nicht zu vergessen. Noch zwei in der Sammlung. Danke. Kann ich erfahren, wem ich danke? Sie wird es nicht sagen, dachte er, oder lügen. Ich heiße wie Senna. Ich weiß, dachte er. Er hatte die Wange noch immer an den Fellen. Sie zog ihm das Wams über den Rücken und deckte ihn mit Pelzen zu. Ich freue mich. Ich freue mich, dass unsere Wege sich gekreuzt haben, wie Senna. Nun ja, ein Zufall. Die Nachricht, dass ich gebraucht werde, habe ich von den Zöllnern an der Grenze erhalten. Wenn ich gebraucht werde, reite ich hin. Das ist so eine seltsame Angewohnheit von mir. Pass auf. Die Salbe lasse ich den Kaufmann da. Bitte ihn, dich morgens und abends einzureiben. Wie er behauptet, hast du ihm das Leben gerettet? Also soll er sich dankbar erweisen. Und ich? Wie könnte ich mich dir dankbar erweisen, Wisenna? Reden wir nicht davon. Von Hexern nehme ich keinen Lohn. Nenn es Solidarität, wenn du willst. Berufssolidarität. Und Sympathie. Im Rahmen dieser Sympathie ein freundschaftlicher Rat. Oder, wenn du willst, ein Rat von der Heilerin. Hör auf, Halluzinogene zu nehmen, Geralt. Halluzinogene helfen nicht. Gegen nichts. Danke, Wisenna. Für die Hilfe und für den Rat. Ich danke dir. Für alles. Er brachte die Hand unter den Fällen hervor, strich ihr über die Knie. Sie zuckte zusammen, worauf sie ihre Hand in seine legte. Sie leicht drückte. Vorsichtig machte er seine Finger frei, strich damit über ihre Hand, über den Unterarm. natürlich die glatte Haut eines jungen Mädchens. Sie zuckte noch stärker, wich aber nicht zurück. Er kehrte mit den Fingern zu ihrer Hand zurück, drückte sie wieder. Das Medaillon am Hals begann zu vibrieren, regte sich. Ich danke dir, Wisenna. Ich bin froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ein Zufall. Oder vielleicht die Vorsehung. Glaubst du an Vorherbestimmungen, Wisenna? Ja. Ich glaube daran. Daran, dass von der Vorsehung verbundene Menschen einander immer begegnen? Daran auch. Was tust du? Dreh dich nicht um. Ich will dir ins Gesicht sehen, Wisenna. Ich will in deine Augen schauen. Und du, du musst mir in die Augen schauen. Sie machte eine Bewegung, als wolle sie aufstehen. Er drehte sich langsam um, verzog vor Schmerz den Mund. Es war heller. Jemand hatte wieder Holz ins Feuer geworfen. Sie bewegte sich nicht mehr. Sie hatte nur den Kopf zur Seite gewandt. ins Profil. Aber umso deutlicher sah er, dass ihre Lippen zuckten. Sie schloss die Finger um seine Hand. Kräftig. Er schaute. Da war keinerlei Ähnlichkeit. Sie hatte ein ganz anderes Profil. eine kleine Nase, ein schmales Kinn. Sie neigte sich plötzlich, blickte ihm geradezu in die Augen. Aus der Nähe. Wie gefalle ich dir? Meine korrigierten Augen, die so ungewöhnlich sind. Weißt du wie Senna, was mit den Augen der Hexer gemacht wird, um sie zu korrigieren? Weißt du, dass es nicht immer gelingt? Hör auf. Hör auf, Geralt. Geralt. Er fühlte plötzlich wie etwas in ihm zerres. Diesen Namen hat mir Wesemir gegeben. Geralt von Riva. Ich habe sogar gelernt, den rivischen Akzent nachzuharmen, wohl aus dem inneren Bedürfnis, eine Heimatbindung zu haben. und sei es eine Erfundene. Wesemir. Er hat mir den Namen gegeben. Wesemir hat mir auch deinen verraten. Ziemlich ungern. Still, Geralt. Still. Du sagst mir heute, dass du an die Vorherbestimmung glaubst. Und damals? Hast du damals daran geglaubt? Ach ja. Du musst es geglaubt haben. Du musst geglaubt haben, dass uns die Vorsehung zusammenführen würde. Dem muss man es zuschreiben, dass du selbst keineswegs nach solch einer Begegnung gestrebt hast. Ich wollte immer ich habe darüber nachgedacht, was ich dir sagen werde, wenn wir uns endlich begegnen. Ich habe über die Frage nachgedacht, die ich dir stellen würde. Ich habe geglaubt, das würde mir ein perverses Vergnügen bereiten. Das, was auf ihrer Wange glänzte, war eine Träne. Zweifellos. Er fühlte, wie sich ihm die Kehle zusammenkrampfte, dass es schmerzte. Er fühlte sich müde, schläfrig, schwach. Im Lichte des Tages, morgen, bei Sonnenschein, werde ich dir in die Augen blicken, Visenna. Und ich werde dir meine Frage stellen. Oder vielleicht werde ich sie nicht stellen, weil es schon zu spät ist. Vorherbestimmung? Oh ja. Yen hatte recht. Es genügt nicht, füreinander bestimmt zu sein. Es braucht etwas mehr. Aber ich werde dir morgen in die Augen schauen. Im hellen Sonnenlicht. Nein. Doch. Ich will es. Nein. Du wirst jetzt einschlafen. Und wenn du aufwachst, wirst du es nicht mehr wollen. Wozu sollen wir einander im hellen Sonnenlicht anschauen? Was ändert das? Es lässt sich nichts mehr zurücknehmen. Nichts mehr ändern. Welchen Sinn hat es, mir Fragen zu stellen, Geralt? Wird die Tatsache, dass ich außerstande sein werde, sie dir zu beantworten, dir wirklich perverses Vergnügen bereiten? Was soll es uns helfen, einander wehzutun? Nein. Wir werden einander nicht bei Tageslicht anschauen. Schlaf, Geralt. Und unter uns gesagt, es war durchaus nicht Wesemir, der dir den Namen gegeben hat. Obwohl auch das nichts ändert und nichts rückgängig macht, möchte ich, dass du es weißt. Werd gesund und pass auf dich auf und versuch nicht, mich zu suchen. Visenna. Nein, Geralt. Du wirst jetzt einschlafen und ich war dein Traum. Leb wohl. Nein. Visenna. Schlaf. Schlaf. Sind wir schon im Flussland, Jürger? Seit gestern, Herr Geralt. Bald kommt schon die Aruga und dahinter gleich meine Gegend. Seht, sogar die Pferde gehen munterer, schwenken die Köpfe. Sie spüren, dass sie bald zu Hause sind. Zu Hause. Du wohnst in der Stadt? In der Vorstadt. Interessant. Ich sehe fast keine Spuren des Kriegs. Es heißt, dieses Land sei schrecklich verwüstet worden. Freilich, woran es auch gemangelt hat, an Ruinen nicht. Es gibt fast keine Hütte, keinen Zaun ohne frisches Holz. Und jenseits des Flusses, ihr werdet sehen, da war es noch schlimmer. Da war alles bis auf den Grund niedergebrannt. Nun ja, der Krieg ist der Krieg. Aber das Leben muss weitergehen. Hier ging alles drunter und drüber, als die Schwarzen durch unser Land gezogen sind. Damals sah es wirklich so aus, als würden sie alles in eine Wüste verwandeln. Viele von denen, die damals geflohen sind, sind nicht zurückgekehrt. Aber an ihrer Stelle haben sich neue angesiedelt. Das Leben muss weitergehen. Stimmt. Das Leben muss weitergehen. Egal was war. Es muss weitergehen. Recht habt ihr. Da, bitte. Zieht sie an. Ich hab euch die Hose genäht. Gestopft. Sie ist wie neu. Das ist wie mit dieser Erde, Herr Geralt. Der Krieg hat sie zerrissen, ist wie mit eiserner Egge darüber hinweggegangen. hat sie aufgetrennt, mit Blut besudelt. Aber jetzt wird sie wie neu sein und noch bessere Frucht tragen. Sogar die, die in dieser Erde verfault sind, dienen einem guten Zweck. Düngen sie. Vorläufig ist es noch schwer, denn überall auf den Feldern liegen Knochen, Eisen. Aber die Erde wird auch mit dem Eisen fertig. Habt ihr keine Angst, dass die Nilfga da, dass die Schwarzen wiederkommen? Sie haben den Weg durch die Berge schon einmal gefunden. Freilich, wir haben Angst. Aber was hilft? Da sitzen und weinen? Zittern? Das Leben muss weitergehen. Und was kommt, kommt. Was vorherbestimmt ist, dem kann man ja doch nicht entgehen. Du glaubst an Vorherbestimmungen? Wie sollte ich nicht daran glauben? Nachdem wir uns auf der Brücke getroffen haben? Bei der Schlucht? Nachdem ihr mich vor dem Tode gerettet habt? Ach, Herr Hexer, ihr werdet sehen, meine Zylinder wird euch zu Füßen fallen. Gebt Ruhe. Offen gesagt, verdanke ich dir mehr. Dort, auf der Brücke. Das ist ja meine Arbeit, Yuga. Mein Beruf. Ich beschütze die Menschen für Geld, nicht aus Herzensgüte. Gib zu, Yuga. Du hast gehört, was die Leute über Hexer reden. Dass man nicht wisse, was schlimmer sei. Sie oder die Ungeheuer, die sie töten. Das ist nicht wahr, Herr. Ich weiß nicht, warum ihr sowas sagt. Ihr habt mich denn keine Augen im Kopf? Ihr seid doch aus demselben Holz geschnitzt, wie jene Heilerin. Visenna. Sie hat ihren Namen nicht genannt, aber sie kam im Galopp zu uns geritten, weil sie wusste, dass sie gebraucht wird. Am Abend hat sie uns erreicht und sich gleich mit euch befasst, kaum dass sie aus dem Sattel gestiegen war. Oh, Herr. Sie hat sich mit eurem Bein abgemüht. Von dieser Magie hat richtig die Luft gezittert. Und da sind wir vor Angst in den Wald gerannt. Und ihr ist danach Blut aus der Nase gelaufen. Es ist halt nicht einfach mit dem Zaubern. Ja, sie hat sich um euch gesorgt. Geradezu wie... Wie eine Mutter. Gewiss, das habt ihr gut gesagt. Und wie ihr eingeschlafen seid... Ja, Jürgen... Sie hat sich kaum auf den Füßen gehalten. Weiß wie eine Wand war sie. Aber sie ist gekommen, hat gefragt, ob nicht einer von uns Hilfe braucht. Einem Pechbrenner hat sie den Arm geheilt, den ihm ein Baumstamm gequetscht hatte. Sie hat keinen Pfennig genommen, sogar noch Arznei dagelassen. Nein, Herr Geralt. Ich weiß, auf der Welt wird alles Mögliche über Hexer geredet und alles Mögliche über Zauberer. Aber nicht bei uns. Wir von Obersodden und die Leute aus dem Flussland wissen es besser. Zu viel verdanken wir den Zauberern, um nicht zu wissen, wer sie sind. Bei uns ist die Erinnerung an sie nicht in Gerüchten und Geschwätz vertan, sondern in Stein gehauen. Ihr werdet es selber sehen, so wie der Jungwald endet. Übrigens, ihr wisst es sicherlich selber besser. Von dieser Schlacht hat ja die ganze Welt geredet und es ist noch nicht mal ein halbes Jahr her. Ihr müsst davon gehört haben. Ich war nicht hier seit Beletain, seit einem halben Jahr. Ich war im Norden, aber ich habe gehört. Die zweite Schlacht umsorten. In der Tat, gleich werdet ihr die Anhöhe und den Felsblock sehen. Früher hatten wir für diese Anhöhe einen gewöhnlichen Namen, Habichtberg, aber jetzt sagen alle Berg der Zauberer oder Berg der 14, denn 22 von ihnen haben in der Schlacht dort gestanden und 14 sind gefallen. Das war eine schreckliche Schlacht, Herr Geralt. Die Erde hat sich aufgebäumt. Vom Himmel hat es Feuer geregnet. Blitze sind eingeschlagen. Die Leichen lagen dicht an dicht. Aber die Zauberer haben die Schwarzen überwunden, haben die Gewalt gebrochen, die sie geführt hat. 14 haben ihr Leben hingegeben. Was ist Herr? Was ist euch? Nichts. Sprich weiter, Jürger. Eine schreckliche Schlacht war das. Wenn nicht diese Zauberer auf der Anhöhe gewesen wären, wer weiß, vielleicht würden wir dann nicht hier auf dem Weg nach Hause reden. Denn es gäbe kein Zuhause. Mich gäbe es nicht und euch vielleicht auch nicht. Ja, das verdanken wir den Zauberern. 14 von ihnen sind umgekommen, als sie uns verteidigten. Die Leute von Sodden und dem Flussland. Gewiss, andere haben auch da gekämpft. Krieger und der Adel und auch von den Bauern hat, wer nur konnte, eine Mistgabel oder Axt genommen oder wenigstens einen Knüppel. Alle haben sich tapfer geschlagen und manch einer ist gefallen. Aber die Zauberer für einen Krieger ist es keine Kunst zu fallen, denn das ist sein Beruf und das Leben ist sowieso kurz. Aber Zauberer können ja leben solange sie wollen und sie haben nicht gezögert. Sie haben nicht gezögert. Nicht gezögert. Und ich war im Norden. was ist mit euch her? Nichts. Ja. Und so bringen wir alle aus der Gegend bringen wir jetzt Blumen dorthin auf die Anhöhe und in der Zukunft zur Maienzeit zu Belletine wird dort immer ein Feuer brennen und es wird in alle Ewigkeit brennen und sie werden ewig in der Erinnerung der Menschen leben diese 14 und so ein Leben in der Erinnerung ist ja das ist etwas mehr mehr Herr Gerald Du hast recht Jürger Jedes Kind kennt bei uns die Namen dieser 14 die in den Stein gehauen sind der auf dem Gipfel der Anhöhe steht Ihr glaubt es nicht hört Axel genannt der Gefleckte Triss Merigold Adlan Kerk Vaniel von Brugge Dagobert von Wohle auf Jürger Was ist euch Herr Ihr seid totenbleich Nichts Er ging den Berg sehr langsam hin an vorsichtig achtete auf die Arbeit der Sehnen und Muskeln in der magisch geheilten Wunde Obwohl die Entzündung vollends abgeklungen zu sein schien schonte er das Bein weiterhin und wagte es nicht das ganze Körpergewicht darauf zu verlagern Es war kühl und der Geruch hinabgefallener Blätter stieg ihm in den Kopf benahm ihm die Sinne doch er war angenehm Der Obelisk stand nicht im Mittelpunkt des flachen Gipfels Er war ein Stück zurückversetzt aus einem Kreis kantiger Steine heraus Wenn er kurz vor Sonnenuntergang gekommen wäre wäre der Schatten des Menhirs in den Kreis gefallen und hätte genau dessen Mittelpunkt bezeichnet dazu die Richtung der die Gesichter der Zauberer während der Schlacht zugewandt waren Gerald blickte in jene Richtung zu den grenzenlosen hügeligen Feldern hin Wenn es dort noch Knochen der Gefallenen gab und die gab es bestimmt so verdeckte sie das hochgeschossene Gras Ein Habich zog dort ruhig seine Kreise auf weit ausgebreiteten Flügeln Der einzige bewegliche Punkt in der unter der Sonnenglast erstarrten Landschaft An der Basis war der Obelisk breit Um ihn zu umfassen hätten mindestens vier fünf Menschen eine Kette bilden müssen Es war offensichtlich dass er ohne Hilfe von Magie nicht auf die Anhöhe zu bringen gewesen wäre die dem Steinkreis zugewandte Seite war glatt behauen Auf ihr waren eingehaune Runenzeichen zu sehen die Namen der vierzehn die umgekommen waren Er ging langsam näher In In der Tat Yoga hatte recht Am Fuße des Obelisken lagen Blumen Gewöhnliche Feldblumen Mohn Lupinen Malven Vergiss mein nicht Die Namen der vierzehn Er las langsam von oben her und vor den Augen standen ihm die Gesichter derer die er kannte Triss Merigold mit dem leuchtenden roten Haar die aus jedem erstbesten Anlass kicherte und wie eine halbwüchsige aussah Er hatte sie gern gehabt und sie ihn auch Laft Boar von Murivell mit dem er sich einmal in Vysima um ein Haar geschlagen hätte als er den Zauberer dabei ertappte wie der mit Hilfe feiner Telekinese die Spielwürfel manipulierte Lüther Nate genannt die Koralle Den Spitznamen hatte sie von der Farbe des Lippenrusches erhalten das sie benutzte Lüther hatte ihn einmal vor König Belohun verleumdet und zwar war so dass er für eine Woche ins Verlies gewandert war als er freigelassen wurde war er zu ihr gegangen um nach den Gründen zu fragen irgendwann war er dabei in ihr Bett geraten und hatte dort eine weitere Woche zugebracht der alte Goraz der ihm 100 Gulden dafür bezahlen wollte dass er ihm die Untersuchung seiner Augen ermöglichte und der 1000 für die Möglichkeit anbot eine Sektion durchzuführen nicht unbedingt sofort wie er sich damals ausdrückte Es waren noch drei Namen übrig Er hörte hinter sich ein Rascheln und wandte sich um Trotz der Kühle obgleich tiefer Herbst war war sie barfuß trug ein einfaches Leinenkleid Auf den langen hellen Haaren die ihr locker auf die Schultern fielen hatte sie einen Kranz aus Gänseblümchen Sei gegrüßt Du hast Blumen gebracht Sie hob den Blick aus kalten blauen Augen zu ihm Sie lächelte die Wimpern gesenkt Er spürte Kühle Sie ging wortlos an ihm vorüber kniete zu den Füßen des Menhirs nieder berührte mit den Händen den Stein und hob den Kopf Ich bringe keine Blumen aber die die hier liegen sind für mich Er betrachtete sie Sie kniete so dass sie den letzten Namen der in den Stein des Menhirs gehauen war vor seinem Blick verbarg vor dem Hintergrund des dunklen Felsblocks war war sie hell unnatürlich strahlend hell Sie lächelte und Kälte wehte ihn an Wer bist du Weißt du es nicht Ich weiß es dachte er während er in das kalte Blau ihrer Augen schaute Ja ich glaube ich weiß es Ich war immer neugierig wie du aussiehst Herrin Du brauchst mich nicht so anzusprechen Wir kennen uns doch seit Jahren Wir kennen uns Es heißt dass du mir auf Schritt und Tritt folgst Das tue ich Aber du hast niemals zurück geschaut Bis heute Heute hast du zum ersten Mal hinter dich geblickt Wie Wie wird es geschehen Ich werde dich bei der Hand nehmen Ich werde dich bei der Hand nehmen und über eine Wiese führen In den Nebel Kalt und feucht Und weiter Was kommt danach hinter dem Nebel Nichts Danach kommt nichts mehr Du bist mir auf Schritt und Tritt gefolgt Aber erreicht hast du andere jene an denen mein Weg vorbeiführte Warum Es ging darum Es ging darum dass ich allein bliebe Nicht wahr Dass ich mich endlich zu fürchten beginne Ich will dir die Wahrheit gestehen Ich habe dich immer gefürchtet Immer Aus Furcht habe ich nicht zurück geschaut Aus Angst ich könnte dich sehen wie du gleich hinter mir gehst Ich habe mich immer gefürchtet Mein Leben habe ich in Furcht gelebt Ich habe mich gefürchtet Bis heute Bis heute Ja Bis heute Wir stehen uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber und ich fühle keine Furcht Du hast mir alles genommen Auch die Furcht hast du mir genommen Warum also sind deine Augen voller Angst Geralt von Riva Deine Hände zittern Du bist bleich Warum Fürchtest du so sehr den letzten vierzehnten Namen der in den Obelisken gehauen ist Wenn du willst sage ich dir wie dieser Name lautet das brauchst du nicht ich weiß welcher Name das ist der Kreis schließt sich die Schlange schlägt ihre Zähne in den eigenen Schwanz so muss es sein du und der Name und die Blumen für sie und für dich der vierzehnte in den Stein gehauene Name der Name den ich inmitten der Nacht und im Glanz der Sonne ausgesprochen habe bei Kälte sengender Hitze und Regen nein ich habe keine Angst ihn jetzt auszusprechen so sprich ihn aus jennifer jennifer von wengerberg doch die Blumen sind für mich machen wir Schluss damit nimm nimm mich bei der Hand sie stand auf kam näher er fühlte die kühle die sie verströmte eine scharfe durchdringende kälte nicht heute eines tages ja aber nicht heute du hast mir alles weggenommen nein ich nehme nichts weg ich nehme nur bei der Hand damit niemand dann allein ist allein im Nebel auf Wiedersehen Geralt von Riva eines Tages sie wandte sich langsam um und ging in den Nebel der plötzlich den Gipfel der Anhöhe verhüllte in den Nebel in dem alles versank in den weißen feuchten Nebel in dem der Obelisk verschwamm die an seinem Fuße liegenden Blumen und die in ihm eingehauenen vierzehn Namen es gab nichts nur den Nebel und das nasse von tropfen funkelnde Gras unter den Füßen das Gras roch schwer süß dass es ihm die Sinne benahm und in den Schläfen schmerzte erzeugte vergessen Müdigkeit Herr Gerald Was ist mit euch Seid ihr eingeschlafen Ich habe euch gesagt ihr seid noch schwach Wozu musstet ihr auf den Gipfel steigen Ich bin eingeschlafen Eingeschlafen verdammt Es ist nichts Jorga Wir müssen weiter Herr Kommt Ich helfe euch den Hang hinab Mit mir ist alles in Ordnung Ja ja Dann frage ich mich warum ihr wankt Was zum Kuckuck seid ihr auf den Gipfel gestiegen Schwach wie ihr seid Wolltet ihr die Namen lesen Ich hätte sie euch alle sagen können Was ist euch Nichts Kennst du wirklich alle 14 Namen Gewiss Ich will prüfen wie es um dein Gedächtnis steht Der letzte der 14 Was ist das für ein Name Was seid ihr nur ungläubig Nichts glaubt ihr Wollt ihr prüfen ob ich nicht lüge Ich habe euch doch gesagt diese Namen kennt bei uns jedes Kind Der Letzte sagt ihr Also der Letzte ist Joel Gretin von Carreras Habt ihr ihn vielleicht gekannt Nein Ich habe ihn nicht gekannt Herr Gerald Ja Jorga Der Kaufmann senkte den Kopf während er sich den Rest des dünnen Riemens mit dem er den Sattel des Hexers reparierte um den Finger wickelte Schließlich stand er auf klopfte dem vor ihm sitzenden Burschen leicht mit der Faust auf den Rücken Setz dich auf das Handpferd Pockwit Ich werde selber kutschieren Komm zu mir auf den Bock Herr Gerald Und was treibst du dich beim Wagen rum Pockwit Los reit voraus Wir wollen uns hier unterhalten Da können wir deine Ohre nicht gebrauchen Plätze die neben dem Wagen lief wierte zerrte an der Leine offensichtlich neidisch auf Pockwitz Stute die auf der Landstraße davon galoppierte Nun ja die Sache ist die Herr ich habe euch versprochen da auf der Brücke Ich habe euch ein Gelöbnis gegeben Lass sein Lass sein Yorga Doch mein Wort ist nicht Schall und Rauch Das was ich zu Hause vorfinde und nicht erwarte gehört euch Gebt Ruhe Ich will nichts von dir Wir sind quitt Nein Herr Wenn ich zu Hause so etwas vorfinde dann muss das vorher bestimmt sein Und wenn man mit der Vorsehung spaßt Wenn man sie belügt dann strafft sie einen hart Ich weiß dachte der Hexer Ich weiß Aber Herr Gerald Was Yorga Ich werde zu Hause nichts vorfinden was ich nicht erwarte Nicht und erst recht nicht das womit ihr rechnet Herr Hexer hört Zylinder meine Frau kann nach dem letzten keine Kinder mehr bekommen und so oder so aber ein neues Kind wird nicht im Hause sein Ihr habt es scheins schlecht getroffen Aber ich habe zwei Söhne Zwei gesund stark und nicht dumm Irgendwann muss ich sie ja in die Lehre geben Einer dachte ich soll wie ich Kaufmann werden Und der andere Was meint ihr Ihr habt auf der Brücke ein Gelöbnis verlangt Es ging euch um ein Kind und dass es bei euch als Hexer in die Lehre geht Das und nichts anderes war es doch Warum muss dieses Kind unerwartet sein Wieso geht nicht auch ein erwartetes Zwei hab ich Einer soll Hexer werden Ein Beruf wie jeder andere Weder besser noch schlechter Bist du sicher dass er nicht schlechter ist Menschen verteidigen ihnen das Leben retten Wofür haltet ihr das für schlecht oder gut diese 14 auf der Anhöhe ihr dort auf der Brücke was habt ihr getan Gutes oder Böses ich weiß nicht ich weiß es nicht Jürger manchmal glaube ich es zu wissen und mitunter habe ich Zweifel würdest du wollen dass dein Sohn solche Zweifel hat mag er sie haben denn gerade das ist menschlich und gut was Zweifel nur das Böse Herr Gerald zweifelt nie aber seiner Vorherbestimmung entgeht niemand die Landstraße bog um eine hohe Böschung unter krummen Birken hinweg die sich wer weiß wie an dem senkrechten Hang hielten die Birken hatten gelbe Blätter November dachte Gerald es ist November im Tal glänzte der Fluss blinkten weiß die Palisaden einer Wachstation die Dächer von Hütten die behauen Empfehle eine Anlegestelle ein Strudel schäumte eine Fähre schlug ans Ufer trieb eine Welle vor sich her teilte das Wasser mit dem stumpfen Bug zerstreute die an der Oberfläche schwimmenden Halme und Blätter die reglos in einer dicken Staubdecke verharrten Die am Ufer zusammengedrängte Menge lärmte In diesem Lärm war alles Eine gleichmäßige Bassnote der Angst fort fort zurück und spät schrie ein Reiter mit einem blutgetränkten Lappen um den Kopf das Pferd bis zum Bauch im Fluss räumte sich auf riss die Vorderhufe hoch dass das Wasser spritzte Infanteristen stießen die Menschen brutal auseinander hieben aufs Gerate wohl mit ihren Spießen zu Der Britene fuchtelte mit dem Schwert fort von der Fähre nur Militär fort sonst schlag ich euch die Köpfe ein Geralt zog die Zügel an hielt die Stute zurück die dicht am Rande des Hohlweg stenzelte durch den Hohlweg kamen mit Waffen und Rüstungen klirrend Panzerreiter galoppiert die von ihnen aufgewirbelten Staubwolken verdeckten die nachfolgenden Fußtruppen gebt und er schaute hinab auf einem verlassenen von der Straße gestoßenen Wagen voller Holzkäfige hüpfte und gestikulierte ein schmächtiger Mann in Reierfeder in den Käfigen gackerten und schnatterten Hühner und Gänse Wittersporn komm hier rauf fort fort von der Fähre die Fähre nur fürs Militär wenn ihr ans andere Ufer wollt uns wüttert dann mit den Äxten ab in den Wald Flöße hauen die Fähre nur fürs Militär der Dichter kletterte den Hang des Hohlweges hinauf Sein flaumenblaues Wams war wie mit Schnee mit Vogelfedern übersät Bei den Göttern Geralt siehst du was hier los ist die von Sodden haben offensichtlich die Schlacht verloren der Rückzug hat begonnen was sag ich was für ein Rückzug das ist eine Flucht einfach eine panische Flucht wir müssen auch von hier verschwinden Geralt ans andere Ufer der Yaruga was machst du hier Rittersporn wie kommst du hierher was ich hier mache das fragst du noch ich fliehe wie alle den ganzen Tag kacke schon auf diesem wagen die pferde hat mir nachts irgendein Hundesohn gestohlen Geralt ich flehe dich an hol mich aus dieser Hölle raus ich sag dir die Nilfgarter können jeden Augenblick hier sein wer nicht die Yaruga zwischen sich und die bringt dem schneiden sie die Kehle durch die Kehle durch verstehst du keine Panik Ritter Sporn der Reihe nach Ordnung ihr Hundesöhne der Reihe nach Geralt siehst du was dort los ist im Leben schaffen wir es nicht auf diese Fähre zu kommen die Soldaten werden damit so viel übersetzen wie sie schaffen und sie dann verbrennen damit die Nilfgarter sie nicht benutzen können so macht man das für gewöhnlich oder scheint so so macht man es für gewöhnlich nur der Zeitpunkt ist etwas ungewöhnlich so kurz nach Belletain trotzdem begreife ich nicht wieso diese Panik ist das vielleicht der erste Krieg als ob es noch nie welche gegeben hätte wie üblich werden sich die Truppen der Könige gegenseitig zusammenhauen und dann werden sich die Könige einigen einen Vertrag unterschreiben und sich bei der Gelegenheit beide volllaufen lassen für die die sich gerade an der Fähre die Rippen zerquetschen ändert sich im Grunde nichts Was Warum also der ganze Aufruhr Du hast vielleicht miserable Informationen Geralt Bist du noch von den Belletain Feierlichkeiten benommen oder kannst du die Bedeutung der Informationen nicht verstehen Das ist kein gewöhnlicher Krieg um die Thronfolge oder um ein Fleckchen Erde Das ist kein Geplänkel von zwei Feudalherren dem die Bauern zuschauen ohne die Heuernte zu unterbrechen Was ist es dann? Weile mich ein, denn ich weiß wirklich nicht, worum es geht. So unter uns gesagt, unterm Strich kümmert mich das wenig. Aber erklär's mir bitte. Einen Krieg wie diesen hat es noch nie gegeben. Die Armee Nilfgaards lässt hinter sich verbrannte Erde und Leichen. Ganze Felder von Leichen. Das ist ein Vernichtungskrieg. Nilfgaard gegen alle. Die Grausamkeiten... Einen Krieg ohne Grausamkeiten hat es nie gegeben. Du übertreibst, Rittersporn. Das ist wie mit dieser Fähre. So macht man es für gewöhnlich. So ist das, würde ich sagen, militärische Tradition. Seit die Welt steht, Morden, Rauben, Brennen und Vergewaltigen die durchs Land ziehenden Armeen. Wenn auch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Seit die Welt steht, verstecken sich in Kriegszeiten die Bauern mit den Weibern und dem Vieh in den Wäldern. Und wenn alles vorbei ist, kehren sie zurück. Nicht in diesem Krieg, Geralt. Nach diesem Krieg wird es niemanden geben, der zurückkehren könnte und keinen Ort, an den er zurückkehren könnte. Nilfgaard hinterlässt nichts als Brandasche. Die Armeen ziehen in breiter Front einher und schlachten alles ab. Galgen und Pfähle ziehen sich meilenweit an den Landstraßen entlang. Rauch steigt gen Himmel, so weit das Auge reicht. Du sagtest, sowas habe es nicht gegeben, seit die Welt steht? Richtig. Ja. Seit die Welt steht. Unsere Welt. Denn es sieht danach aus, dass die Nilfgaarder über die Berge gekommen sind, um unsere Welt zu vernichten. Das hat keinen Sinn. Wem könnte an der Vernichtung der Welt gelegen sein? Man führt keine Kriege, um zu vernichten. Kriege werden aus zwei Gründen geführt. Der eine ist Macht, der andere Geld. Philosophiere nicht, Geralt. Was hier geschieht, kannst du mit Philosophie nicht ändern. Warum hörst du nicht zu? Warum siehst du nicht hin? Warum willst du es nicht verstehen? Glaub mir. Die Yaruga wird die Nilfgaarder nicht aufhalten. Im Winter, wenn der Fluss zufriert, werden sie weitermarschieren. Ich sage dir, wir müssen verschwinden. Bis in den Norden. Dort kommen sie vielleicht nicht hin. Aber selbst wenn sie dort nicht hinkommen, wird unsere Welt nie mehr sein, wie sie war. Geralt, lass mich nicht hier zurück. Ich komme allein nicht zurecht. Lass mich nicht im Stich. Du musst verrückt sein, Rittersporn. Du musst vor Angst verrückt sein, wenn du denken kannst, ich ließe dich im Stich. Gib die Hand. Spring aufs Pferd. Hier hast du nichts zu suchen. Auf die Fähre kommst du sowieso nicht. Ich bringe dich flussaufwärts. Wir suchen uns ein Boot oder ein Floß. Die Nilfgaarder werden uns aufstöbern. Sie sind schon nahe. Hast du die Berittenen gesehen? Offensichtlich kommen sie direkt aus der Schlacht. Lass uns Strom abreiten. Auf die Inamündung zu. Hör auf zu krechzen. Wir schlagen uns durch. Du wirst sehen. Fluss abziehen auch Menschenmassen. Bei jeder Fähre wird es dasselbe sein wie hier. Die Boote hat sich bestimmt auch schon jemand gegriffen. Wir reiten flussaufwärts. Gegen den Strom. Hab keine Angst. Ich bring dich rüber. Und wenn's in einer Tonne ist. Das andere Ufer ist kaum zu sehen. Gib Ruhe. Ich hab gesagt, ich bringe dich rüber. Und du? Spring aufs Pferd. Wir können uns unterwegs unterhalten. Hey, zum Teufel, aber nicht mit diesem Sack. Willst du, dass Plötze sich das Rückgrat bricht? Das ist Plötze? Plötze war mittelbraun. Und die hier ist kastanienbraun. Meine Pferde heißen alle Plötze. Das weißt du genau. Also lenk nicht ab. Ich hab gesagt, weg mit dem Sack. Was hast du da drin, verdammt? Gold? Manuskripte. Gedichte. Und ein bisschen was zu beißen. Schmeiß es in den Fluss. Du wirst neue Verse schreiben. Und mein Essen teile ich mit dir. Wittersporn zog eine betrübte Miene. Zögerte aber nicht lange. Sondern warf mit Schwung das Säckchen ins Wasser. Er sprang in den Sattel. Rutschte hin und her. Bis er sich auf den Satteltaschen eingerichtet hatte. Und hielt sich am Gürtel des Hexers fest. Los, los. Lass uns keine Zeit verlieren, Geralt. Wir wollen im Wald sein, ihr... Hör auf, Wittersporn. Deine Panik überträgt sich schon auf Plötze. Spotte nicht. Wenn du gesehen hättest, was ich... Sei still, verdammt. Wir reiten. Ich möchte dich über den Fluss bringen, ehe es dunkel wird. Mich? Und du? Ich habe auf dieser Seite des Flusses zu tun. Du bist wohl närrisch, Geralt. Bist du lebensmüde? Was hast du zu tun? Geht dich nichts an. Ich reite nach Zintra. Nach Zintra? Zintra gibt's nicht mehr. Was sagst du? Zintra gibt's nicht mehr. Bloß einen rauchenden Trümmerhaufen. Die Nilfgaarder... Steig ab, Wittersporn. Äh, was? Steig ab. Der Hexer wandte sich mit einem Ruck um. Der Troubadour blickte ihm ins Gesicht. Und rutschte vom Pferd herunter. Wich einen Schritt zurück. Stolperte. Geralt stieg langsam ab. Er warf der Stute die Zügel über den Kopf. Stand einen Augenblick lang unentschlossen da. Dann fuhr er sich mit dem Handschuh übers Gesicht. Er setzte sich an den Rand des Abhangs unter einen ausladenden Hartriegel mit blutroten Zweigen. Komm her, Rittersporn. Setz dich. Und erzähl, was mit Zintra ist. Alles. Der Dichter setzte sich. Die Nilfgaarder sind über einen Gebirgspass dort eingefallen. Zu Tausenden. Gleich am Morgen nach Belletain. Sie haben das Heer Zintras im Anadaltal eingekreist. Es kam zur Schlacht, die einen ganzen Tag dauerte. Vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung. Die von Zintra haben sich tapfer geschlagen, wurden aber dezimiert. Der König fiel. Aber ihre Königin... Kalante. Ja. Die hat keine Panik aufkommen lassen. Hat nicht zugelassen, dass sie sich zerstreuten. Sondern wen immer sie konnte, um sich und die Fahne geschart. Sie haben sich durch die Umzingelung geschlagen. Zum Fluss. Auf die Stadt zu. Wer konnte? Und Kalante? Hat mit einer Handvoll Ritter den Übergang über den Fluss, den Rückzug gedeckt. Es heißt, dass sie sich wie ein Mann geschlagen hat. Sich wie wahnsinnig ins dichteste Getümmel gestürzt hat. Sie ist mit Piken aufgespießt worden, als sie das Nilfgaarder Fußvolk attackierte. Schwer verwundet wurde sie in die Stadt gebracht. Was ist in dieser Feldflasche, Geralt? Schnaps. Willst du? Klar! Rät weiter, Rittersporn. Alles. Die Stadt ist im Grunde nicht verteidigt worden. Es gab keine Belagerung. Da war niemand mehr, der auf den Mauern hätte stehen können. Die restlichen Ritter mit ihren Familien, der Adel und die Königinnen. Sie haben sich im Schloss verschanzt. Die Nilfgaarder haben das Schloss einfach im Hineinmarschieren genommen. Ihre Zauberer hatten das Tor und einen Teil der Mauer zu Staub zerfallen lassen. Nur der Bergfried hat sich verteidigt. Der war offensichtlich magisch befestigt, denn er hat der Nilfgaarder Magie widerstanden. Trotzdem drangen die Nilfgaarder nach vier Tagen ein. Sie fanden keine lebende Seele vor. Die Frauen hatten die Kinder umgebracht. Die Männer, die Frauen. Und sich dann entweder ins Schwert gestürzt, oder... Was ist mit dir, Geralt? Rät, Rittersporn. Oder... Wie Kalante... Kopf über von den Zinnen... Von ganz oben. Es heißt, sie habe darum gebeten, dass man sie... Keiner wollte es tun. Also hat sie sich hinaufgeschleppt und... Kopf über. Es heißt, mit ihrem Körper sollen schreckliche Dinge angestellt worden sein. Ich will davon nicht... Ich will davon nicht... Was ist mit dir? Nichts. Rittersporn... In Zintra war... Ein Mädchen. Kalantes Enkelin. So um die... Neun... Zehn Jahre. Sie hieß Ciri. Hast du von ihr gehört? Nein. Aber in der Stadt und im Schloss hat es ein schreckliches Blutbad gegeben. Und es ist fast niemand mit dem Leben davongekommen. Und von denen, die den Bergfried verteidigt haben... Hat niemand überlebt, wie ich gesagt habe. Und die meisten Frauen und Kinder der angesehensten Geschlechter... Waren dort. Diese Kalante... Hast du sie gekannt? Ja. Und das Mädchen, nachdem du gefragt hast? Ciri? Hab ich auch gekannt. Glaubst du an Vorherbestimmung, Rittersporn? Warum fragst du... Antworte. Naja... Ich glaub dran. Und weißt du, dass Vorherbestimmung allein nicht genügt? Dass es... Etwas mehr braucht? Ich verstehe nicht, Geralt. Nicht nur du. Aber so ist es. Es braucht etwas mehr. Das Problem besteht darin... Dass ich... Dass ich nie mehr erfahren werde... Was... Was ist mit dir, Geralt? Nichts, Rittersporn. Komm. Steig auf. Wir reiten. Schade um den Tag. Wer weiß, wie lange wir brauchen, um ein Boot zu finden. Und wir brauchen ein großes. Ich werd ja Plötze nicht zurücklassen. Wir setzen zusammen über? Ja. Auf dieser Seite des Flusses... ...habe ich nichts mehr zu suchen. Ich bin nur nicht mehr zufinden. Ich bin erinnert. In der Ferne erblickte Geralt die kleine Vorstadt. Der Wagen näherte sich rasch, und Freude strahlen traten in Jurgas Gesicht. Wir sind da, Herr Geralt! Das ist Kagan, meine Heimat. Und auf meinem Hof warten meine Frau und meine beiden Söhne auf mich. Geralt verzog keine Miene. Wieder schoss ihm Ciri durch den Kopf. Nicht zum ersten Mal bedauerte er, dass Jurgas ihn nicht einfach hatte verrecken lassen. Dann müsste er jetzt den Schmerz über Ciris Verlust, den er selbst zu verschulden hatte, nicht länger ertragen. Der Wagen durchfuhr das Dorf, bewegte sich auf einen kleinen Hof zu, den eine hohe Mauer umschloss. Sie kam vom Tor des Hofes hergelaufen, dass die unter dem Tuch hervorschauenden Haare wehten. Jurgas gab dem Burschen die Zügel, sprang vom Wagen, lief ihr entgegen. Fasste sie um die Taille, kräftig, hob sie hoch, wirbelte sie herum. Da bin ich, Zylinder! Ich bin zurück! Jurgas! Ich bin zurück! Heda, mach das Tor auf! Der Haushär ist wieder gekommen! Ach, Zylinder! Sie war nass, roch nach Wäsche. Offensichtlich hatte sie gewaschen. Er stellte sie auf den Erdboden. Doch auch da ließ er sie nicht los. Zerzaust, wie sie war. Durchgeschüttelt, warm. Komm mit ins Haus, Zylinder! Götter, du bist wieder da. Ich hab nachts nicht schlafen können. Jurgas, ich hab nachts nicht schlafen können. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Und reicht, Zylinder. Siehst du den Wagen? Hey, vorwärts! Fahr durchs Tor! Siehst du den Wagen, Zylinder? Ich bringe genug Waren mit um... Jurgas! Was soll mir die Waren? Was der Wagen? Du bist wieder da! Gesund! Heil! Reich bin ich, sag ich! Gleich wirst du sehen... Jurgas? Wer ist das? Der Schwarzgekleidete. Götter, der hat... Zwei Schwerter auf dem Rücken. Der Kaufmann schaute sich um. Der Hexer, der vom Wagen gesprungen war, stand abgewandt, rückte das Zaumzeug seines Pferdes zurecht und kramte in den Satteltaschen. Er sah sie nicht an, kam nicht näher. Hab keine Angst, Zylinder. Nur dank diesem Mann bin ich noch am Leben. Wäre er nicht gewesen, dann hätten wir uns niemals mehr wiedergesehen. Aber später erzähle ich dir mehr. Wo sind die Kinder? Sind sie gesund? Gesund, Jurgas. Gesund. Sind aufs Feld gegangen, Spatzen schießen. Aber die Nachbarn sind schon unterwegs und sagen ihnen Bescheid, dass du daheim bist. Gleich werden sie kommen. Alle drei. Geralt zuckte zusammen. Durch sein Hexergehör hatte er unabsichtlich alles mit angehört. Äh, drei? Was heißt das, Zylinder? Hast du etwa... Nein. Aber... Ich muss dir etwas sagen. Du wirst nicht böse sein. Ich? Dir böse? Ich hab ein Mädchen aufgenommen, Jurgas. Von den Druiden, weißt du? Von denen, die nach dem Kriege Kinder gerettet haben. In den Wäldern diese Obdachlosen und verlassenen Kinder aufgesammelt haben. Halbtot. Jurgas. Bist du böse? Jurgas legte die Hand an die Stirn, schaute sich um. Der Hexer stand weiterhin neben seinem Pferd und sortierte den Inhalt der Satteltaschen. Er sah sie nicht an, hatte noch immer den Kopf abgewandt. Jurgas. 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 Das aschblonde Mädchen in dem grauen Kleidchen und der weißhaarige Hexer mit den beiden Schwertern auf dem Rücken. Der Hexer im weichen Sprung, das Mädchen im Trab, der Hexer auf den Knien, die dünnen Arme des Mädchens um seinen Hals, die aschblonden Haare auf seinen Schultern. Zum ersten Mal in seinem Leben traten Tränen in Geralts Augen, als er Ciri in seinen Armen hielt. Auch das Mädchen schluchzte vor Freude. Geralt! Du hast mich gefunden! Ich hab's gewusst! Hab's immer gewusst! Ich hab gewusst, dass du mich findest! Ciri! Du hast mich gefunden! Oh, Geralt! Die ganze Zeit hab ich gewartet! So grauslich lange! Jetzt bleiben wir zusammen, ja? Wir bleiben zusammen, nicht wahr? Sag, Geralt! Für immer! Sag! Für immer! Für immer, Ciri! So wie Sie gesagt haben, Geralt! So wie Sie gesagt haben! Ich bin deine Vorherbestimmung! Sag! Bin ich deine Vorherbestimmung? Du bist etwas mehr, Ciri! Etwas mehr! Achtender! Vorherbestimmung? Ich bin deine Vorherbestimmung